Hallo, ich bin Helena Baumeister, meine Lieblingsfabel ist gelb und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Comic-Cookies-Podcast. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Comic-Cookies, Folge 137. Ganz schön lange, die wir das jetzt hier schon machen. Ich bin der eine Andi, mit mir heute wieder der andere Andi, der Patrick und der Breedstorm. Hallo in die Runde. Hi, halloa. So, wie gesagt. Teut und Hattest zum Grußen. Das hat mir ein bisschen gedauert. Und wer aufpasst und vielleicht sogar die Beschreibung der Folge gelesen hat, weiß, warum der Breedstorm uns mit dieser etwas antiquierten Begrüßungsformel hier in die Folge einleitet. Asterix wird ein Thema werden. Also, wir sind natürlich ein Comic-Podcast, wie der Name schon sagt, weiß jeder. Wir besprechen Comics jeden Monat, seit etwa dreieinhalb Jahren, jetzt sogar in dieser Runde hier von diesen vier Nasen. Und jeder hat zwei Comics vorbereitet, die wir jeweils einzeln vorstellen werden. Und dann eben noch das gemeinsame Thema in der Cookies Code Authority, diesen Monat der aktuell neue Asterix Band 40, die weiße Iris. Da bin ich sehr gespannt auf das Gespräch, weil ich noch nicht weiß, wie die anderen drei Cookies, beziehungsweise bei einem weiß ich es ein bisschen, aber an sich haben wir keine Meinungen groß dazu ausgetauscht zu dem Comic. Da freue ich mich schon drauf. Also, Folge 137, jeder hat zwei Comics mitgebracht. Andi, welche zwei Comics stellst du heute vor? Ich rede heute über Second Coming, die Wiederkunft, Band 1 von Mark Russell, Richard Pace und weiteren erschienen beim Dantes Verlag. Und ich rede über die Manga-Reihe Blame, genau genommen über die erste Master-Edition von Tsutomo Nihei. Und warum ich das eigentlich gar nicht tue und warum ich dabei fast mehrfach gekotzt hätte, das erfahrt ihr alles nachher. Das scheint ja eine wilde Folge zu werden. Brie, Thomas, hast du dabei? Ich habe dabei Sogner und Beton aus dem Verlag Hansa Blau und der Bus aus dem Insektenhaus Verlag. Patrick, was gibt es bei dir? Ich habe einmal den Necronomie-Bus Band 1, also die Simpsons Treehouse of Horror. Und von CrossCult, was mir vorgeschlagen wurde, sollte ich mal ein Gesamtfazit zur Invincible-Reihe abgeben, weil ich da ja jetzt den letzten Band vor kurzem gelesen hatte. Ich habe zwei amerikanische Comics mit dabei, die es meines Wissens auch nicht auf Deutsch gibt bisher. Das eine heißt Paper Planes und das andere heißt Cosmo Knights, Knights mit K wie Ritter. Ja, so. Damit haben wir alle Titel genannt. Bevor wir in die Einzelbesprechung gehen, hat irgendwer irgendwas anderes vorher zu erzählen, was wir noch irgendwie mit erwähnen sollen? Hat irgendwer irgendwas Spannendes, Comic-mäßiges erlebt, was erwähnenswert wäre? Ja, ich war mit dem Kollegen, den der Andi auch kennengelernt hat, bei der Animesse in Kassel. Also, ich habe mir das Triple dieses Jahr komplett gegönnt mit... Animesse? Heißt die echt Animesse? Das ist ja mal kreativ. Wahnsinnig, oder? Und, ja, ich war letztes Wochenende noch Sonntag auf der Dreieich-Konten und habe kurz mit dem Felix Mertikard geredet. Bzw. ja. Wir haben so eine leichte Rollenspielrunde aktuell, aber... Ja, ich weiß... Falsch. Das klingt so falsch. Vor allem im Kontext. Aber ich kann jetzt den groben Vergleich zu allen drei ziehen, zur Konichi, zur Animagic und zur Animesse. Und da war die Animesse dann doch für mich die schlechteste Veranstaltung, eben, weil es auf deutlich kleineren Raum war. Es war früher da, wo die Konichi war, die dann nach Wiesbaden gezogen ist. Man merkt, wieso die umgezogen sind, weil die Location eben deutlich kleiner ist. Dazu kam noch, dass es schon ein bisschen kältere Temperaturen waren. Es war auch kein großer Vorgarten oder ein Park davor, wo sonst die ganzen Cosplayer quasi sich getummelt haben. Sondern es war sehr, sehr viel auf kleinen Raum. Es waren auch ein paar Synchronsprecherinnen da. Und da musste dann die Signierstunde nach draußen verlegt werden. Eben, weil die Location schon woanders für geplant war. Also mitten beim Regen da nochmal Fotos machen, signieren. Dafür, dass es wirklich so eine Veranstaltung ist, wo ein paar bekanntere Organisatoren dabei waren, waren da für mich eben so ein paar kleinere Kinderkrankheiten, die nicht sein müssen oder dürfen. Und es war vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch wieder so 50 Euro pro Tagesticket. Wo ich dann sage, ja, du kriegst deutlich weniger geboten. Kassel werde ich mir zumindest jetzt mit der Anime-Messe wahrscheinlich nicht mehr geben. Dazu sind die Konichi und die Anime-Magic dann doch ein bisschen besser, breiter aufgestellt, haben ein bisschen mehr Programm. Auch wenn die Leute da und die Organisatoren wirklich sympathisch waren. Aber vom Aufwand und von der Größe her hat sich das für mich am wenigsten rentiert, diese Veranstaltung. Aber ansonsten, auch wenn es jetzt ein bisschen harscher klang, als ich es gemeint habe, es war eine nette kleine Veranstaltung. Die Organisatoren waren nett. Es gab nette Panels, wo sie dann auch nicht immer alles aufgeklärt haben. Also da gab es zum Beispiel so einen Poetry-Slam und die Auflösung, wer dann gewonnen hat, die ist dann am nächsten Tag gekommen. Oder dann war wieder so ein AMV, so ein Kontext, wo sie Musikvideos mit Anime-Videos gepaart haben. Und auch da gab es die Auflösung dann am nächsten Tag, was für mich dann manche Panels so ein bisschen unrund hat wirken lassen, auch wenn die kompetent und sympathisch moderiert waren und gemacht waren. Nur ich fand es eben am Ende des Tages vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so super. Und ich war da auch dann nur einen Tag da. Und das sagt dann auch viel aus, was ich bei anderen Veranstaltungen dann doch ein bisschen länger angesehen habe. Dieses Jahr ganz schön viel Convention-Besprechungen hier auch mitgehabt. Die waren sehr viel unterwegs alle miteinander, bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen auch. Nicht schlecht. Okay, vielen Dank für diesen Erlebnisbericht. Damit würde ich sagen, wenn keiner mehr... Ich würde auch gerne noch eine Minute kurz was machen. Ich habe nämlich was gemacht. Vor kurzem, ich glaube, das war terminlich der 17.11., Da war der zumindest deutschlandweite Vorlesetag. Und ich war in der Kita meiner Kids und habe vorgelesen. Und zwar nicht irgendwas, sondern Kindercomics. Und ich möchte an der Stelle einfach nur mal kurz animieren. Liest euren Kindern, wenn ihr Bock habt. Gerade wenn die vielleicht so ein bisschen open-minded sind. Oder vielleicht auch, wenn die Schwierigkeiten haben, damit auf irgendwelche Texte zu hören. Dann durchaus mal ein Comic vor. Geht den mit denen zusammen durch. Es gibt tolle Dinge zu entdecken. Unter anderem auch das Kinderbuch des Jahres. Oder eines davon ist auch ein Comic geworden und so. Also ich habe Comics vorgelesen. Das war eine Zielgruppe, die war noch nicht mal schulpflichtig. Und die hatten jede Menge Spaß dran. Macht das ruhig auch mal. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Vorrangig, sehr gut. Jemand anders, der vielleicht auch kleinen, naja, kleinen Kindern mal vorgelesen hat. Ich glaube, so klein sind sie nicht mehr. Reedstorm, du scheinst heute ein sehr urbanes Comicspektrum dabei zu haben, wenn man nur nach den Titeln geht. Stell uns doch mal deinen ersten vor. Ja, da wären wir bei Sonne und Beton. Und zwar ist das nach einem Buch, was der Comedian Felix Lobrecht geschrieben hat. Und dann hat das jemand auf Social Media aufgegriffen. Nämlich die gute Oliana House. Und hat so anteilig dazu so Comicstrips rausgebracht. Und hat das über Social Media geteilt. Es hatte eine gewisse Fanbase, das Ganze. Und Felix Lobrecht hat sich dann dem Ganzen angenommen. Und dann haben die beiden zusammen sein Buch als Comic nochmal rausgebracht. Im Verlag Hansa Blau. Die haben nur so vier, fünf Comics im Angebot, habe ich gesehen. Auch ganz unterschiedliche Sachen. Es ist eigentlich ein Literaturverlag und Kinderbücher machen die auch. Worum geht das Ganze? Wir wissen ja von Felix Lobrecht, der unter anderem ja auch bei Gemischtes Hack, also dem Podcast, Thomas Schmidt dabei ist, das in Berlin in der Kropiusstadt in der Kollen aufgewachsen ist. Und da hat er natürlich, weil das ein sehr spezielles Pflaster von Berlin ist, sehr, sehr viele, also eine Hochhaussiedlung, wo es schon tough zur Sache geht, hat er natürlich besondere Erfahrungen gemacht, über die spricht er in dem Podcast auch immer mal wieder, was da so los war. Und in Sonne und Beton, seinem Buch, hat er eine fiktive Geschichte, aber mit sehr, sehr vielen Sachen, die ihm auch passiert sind, niedergeschrieben. Es geht um einen jungen Herrn, den Lukas, da würde ich jetzt mal so sagen, so 10. Klasse vielleicht, mit seinen diversen Freunden aus einem sehr multikulturellen Spektrum. Also einer ist halb Kubaner, einer ist Italiener und mit seinen Freunden geht er durch die Kropiusstadt und erlebt dabei alles mögliche, was 2003 da wohl in der Kropiusstadt so los war. Und zwar geht es... Das war 2005, würde ich fast schon sagen, weil man sieht ein Sin City Poster bei der Videothek. Dann ist es falsch eingezeichnet, weil es steht irgendwas von 2003. Oh, ich habe... Heisesommer 2003 steht irgendwo, habe ich gesehen. Ist ja letztendlich auch wurscht, Anfang der 2000er, die Jungs da einiges erlebt. Sie gehen zwar zur Schule, aber die Schule stört sich, glaube ich, so hauptsächlich. Es geht viel um Drogen, es wird sehr viel unterschiedliche Drogen zu sich genommen, Marihuana, Alkoholmissbrauch kommt da sehr, sehr oft vor. Also falls ihr da schnell getriggert werdet, Triggerwarnung geht schon mal jetzt, da geht es schon drogenmäßig. Hart zur Sache und auch gewaltmäßig geht es da hart zur Sache. Es kommt zur Auseinandersetzung mit Dealern, mit anderen Jungs und sie sind natürlich ständig pleite, weil das Neukölln ist nicht der Platz für Reiche in Berlin zu dieser Zeit. Und sie sind eigentlich alle immer auf der Suche nach mehr Kohle, weil man braucht Markenklamotten, man braucht weitere Drogen und so weiter und so fort. Dort gibt es so ganz bestimmte Marken, die man natürlich auch braucht. Und da beschließen die Jungs, haben eine unheimlich gute Idee, nämlich ihre Schule kriegt jetzt endlich Informatik als Fach. Es wurden Computer gespendet und da denken sie, ja, diese coole Idee, diese Computer, die könnten wir eigentlich mal stehlen aus der Schule und die dann verticken. Und ob und wie das Ganze gelingt, könnt ihr dann in Sonne und Beton nachlesen. Zeichnerisch muss ich sagen, ist das Ganze schon stark reduziert. Also die gute Oliana Haus hat Schwarz-Weiß-Zeichnungen gemacht, aber der Lukas, der so ein bisschen dem Felix Lobrecht nachempfunden ist, der hat immer rote Klamotten an. Also das ist schon mal ganz gut, weil dann kann man den nämlich erkennen, weil die anderen Jungs, die kann man teilweise nur an den Unterschieden erkennen, dass der eine etwas dunkler gezeichnete Haare hat oder einen anderen Sidecut. Die tragen ja alle diesen wunderschönen Boxerschnitt und also wenn das komplett ohne Farbe ausgekommen wäre, wenn man nur die Outlines sehen würde, dann würde man nicht viel Unterschied leider erkennen, muss ich sagen. Und wir haben zeichnerisch gesehen kaum Hintergründe. Du hast sehr, sehr viele Talking Heads, einfach sehr, sehr viele Gespräche, die da abgewickelt werden, wo die Jungs sich gegenseitig angucken und sich alles Mögliche erzählen. Und da muss ich sagen, also wegen den Zeichnungen hätte ich es jetzt nicht interessant gefunden. Es ist eher eine Sozialstudie für mich, wo man so einen Einblick darin sieht, was geht so ab oder ging so ab in Berlin, Neukölln. Das wird heute wahrscheinlich noch extremer sein in vielen Fällen. Wo werden im Kark die Drogen vercheckt? Was gibt es für Schlägereien? Wer gegen wen? Die Türken gegen die Araber und so weiter und so fort. Der Lukas selber ist halt sehr blond, was dazu führt, dass er sich sicherheitshalber aus Pol ausgibt. Weil als blonder Deutscher ist es anscheinend, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung von Felix Lobrecht. Und vor allem, wenn man auch sehr klein ist wie Felix Lobrecht, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, in so einem Gelände sich zu behaupten halt. Weil er da halt auch die Minderheit letztendlich darstellt. Und die Sprache ist dem vollkommen angepasst. Das war ihm wohl sehr wichtig, habe ich jetzt im Interview mit ihm gelesen, dass die Sprache so, wie er sie selber erlebt hat, auch dargestellt wird. Also die Jungs sprechen natürlich im restringierten Sprachcode. Und wir haben verschiedene Worte, die sich ständig und dauernd wiederholen, sodass sie mich dann schon nerven. Aber wahrscheinlich ist es dann authentisch. Also das Wort Waller hören wir sehr oft. Denke ich mir dauernd, ja was ist das? Waller die Waldfee oder was ist das? Wir hören das Wort behindert sehr oft. Also es ist sehr, schon eine sehr, für mich schwierig zu lesende Sprache, weil ich natürlich jetzt in so einem Umfeld jetzt auf meinem Dorf jetzt nicht groß geworden bin, wo ständig sehr, sehr viele Flüche auch rausgehauen werden, so zur Bekräftigung der eigenen These. Aber das war ihm tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich hatte neulich tatsächlich auch einen Podcast gehört, wo er darüber gesprochen hat. Er hat das Ganze ja auch verfilmt. Also es gibt auch einen Sonne- und Betonfilm. Und zunächst war die Idee, das Ganze an Netflix zu verticken. Weil er hat ja mit seinem Comedy-Programm da auch schon mal was gehabt. Und er sagt, es war nicht möglich, mit Netflix in dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten, weil die sein Buch halt komplett umgestalten wurden. Also es gibt zum Beispiel eine Gewaltszene, wo es um, sie versuchen irgendwie ein Pack Drogen zu kaufen. Und da gibt es aber ordentlich auf die Mütze. Also es wird sich auch mit Gegenständen geschlagen. Also gefährliche Körperverletzungen wird da deutlich begangen. Und Netflix hatte die Idee, ja, diese Türken- oder Araber-Gang, was das jetzt war. Also ich weiß nur, das waren Türken gegen Araber. Aber wer jetzt mit der Schlägerei angefangen, weiß jetzt nicht mehr genau. Aber da hatten sie die Idee, das könnte ja auch einfach eine sehr böse Mädchengang sein. Und dann hat Felix Lobrecht gesagt, nee, ich möchte es gerne so darstellen, wie das in meiner Kindheit so ein bisschen war. Als ich da wirklich unter schwierigen Umständen aufgewachsen bin. Und wir können da jetzt nicht einfach irgendwas anderes hinschreiben oder die Sprache auch komplett umstellen. Da muss sehr viel halt einfach auch geflucht werden. Und das lebte halt exzessiv in diesem Band auch aus. Deswegen würde ich sagen, war es für mich doch eine interessante Erfahrung. Und auch so ein bisschen diesen Teil, ja, von seinem Leben irgendwie mitzukriegen. Wobei er sagt, er ist nicht Lukas, er ist nicht der Protagonist. Aber er hat sehr viele Erfahrungen von ihm sind in diese Figur hineingeflossen. Und das kann ich mir auch vorstellen, da geht es auch um Ladendiebstähle und so weiter. Probleme in der Schule, dann gibt es Nazi-Lehre an der Schule. Also da gibt es relativ viel, wo er wohl autobiografische Sachen auch mit eingebaut hat. Ich würde unterm Strich schon sagen, man kann das lesen, wenn man sich für das Ganze, so wie ich, auch als Sozialstudie interessiert. Was geht so ab in Grobiusstadt, im glorreichen Berlin? Und dafür war das gut. Aber ich weiß, es haben ja noch weitere diesen Band gelesen. Wie ist denn eure Ansicht dazu? Ich habe die Hälfte gelesen. Ich habe mir die nämlich aus der Bibliothek geholt. Ich hatte das schon länger vor, kannte auch die Geschichte, also dass es dieses Buch gibt vom Lobrecht. Ich kenne auch vom Lobrecht gar nicht so viel tatsächlich. Den Podcast habe ich nie gehört, aber sein Comedy-Programm habe ich gesehen. Zumindest eines davon von Netflix. Und auch, dass es den Film gibt, war mir klar. Ich stimme dir weitestgehend zu, nämlich, dass sie, wenn das jetzt nicht, also wenn es jetzt komplett schwarz-weiß wäre, man sie nicht auseinanderhalten könnte. Ich glaube natürlich auch, dass das Absicht ist, weil das ja letztlich eine Milieustudie darstellt. Die kommen alle aus einem, sag ich mal, soziokulturellen, ich möchte es Matsch als Matsch bezeichnen. Das sind Menschen, die ein ganz einfaches Leben letztlich führen, die das selbst vielleicht nicht so sehen. Aber von der großen, weiten Welt haben die noch nie viel gesehen, sowohl vor Ort als auch deren Mindset basiert eigentlich, also für die ist der Typ, der aus dem anderen Stadtteil von Berlin kommt, das ist schon der krasse Exot. Und so ist das halt. Ich fand es zumindest, was die Designs angeht, was die Panelaufbaus angeht, so fand ich alles ganz cool. Ich habe zeitweise gedacht, okay, hat sie hier mit Fotovorlagen gearbeitet oder nicht, das wusste ich nicht. Könnte schon sein. Muss jetzt aber kein Problem sein, hat mich zumindest nicht so radikal gestört, aber ist teilweise wirklich so, als hätte sie es vielleicht auch mit so einem Designprogramm gemacht, keine Ahnung, mit einer coolen Version von dem Programm, mit dem man bei Ikea die Küchen designen kann. Weißt du, sowas in der Richtung, aber das ist eher als respektvolle Anerkennung der Leistung zu verstehen, weil ich eben nicht glaube, dass das so war, sondern das ist wirklich scheinbar eine sehr kreative, interessante Entscheidung gewesen. Ist die ganze Wortgeschichte, da stimme ich dir auch zu, ich hätte gerne vielleicht echt nochmal so ein Glossar gebraucht. Ich bin ein bisschen älter als Felix Lobrecht, aber nicht so krass viel älter. Ja, und ich bin halt auch in einem anderen Milieu aufgewachsen, sodass ich mir tatsächlich schon irgendwie, ich glaube, ein Glossar hätte es auf jeden Fall getan. Und ich fand es auch ein bisschen langsam erzählt, es ist aber glaube ich auch so ein bisschen diese Einöde und letztlich auch Melancholie und vielleicht irgendwie auch Langeweile, die die Jungs sowieso in ihrem Alltag verspüren. Boah, ich weiß nicht, die Geschichte mit der Mädchenbande, wenn man es auf Netflix als Serie hätte rausgebracht, ja nee, ist klar, das ist ja natürlich überhaupt völlig am Thema vorbei. Aber kurzum, ist schon ganz cool, ich weiß nicht, ob ich die zweite Hälfte noch lesen werde, weil mir letztlich das persönliche Schicksal aller Figuren herzlich egal ist. Ich habe einen Einblick in deren Alltag, in dieses Milieu, das ist auch okay und den hatte ich auch schon nach einem halben Buch. Die andere Hälfte bräuchte ich nicht, weil mir der Unterhaltungswert insgesamt nicht hoch genug ist, was die eigentliche Story betrifft. Ja, Empfehlung für alle Leute, die Bock auf eine Milieustudie haben. Patrick, hast du es auch gelesen? Tatsächlich und ich habe auch zum Vergleich den Film gesehen. Ich hebe jetzt mal einen positiven Aspekt hervor, den ihr beide nicht habt, weil ihr den Film nicht gesehen habt. Das Buch ist, der Comic ist näher hoch dran. Im Film gibt es einen gewissen Moment, ab da ist es dann nur noch eine Abwärtsspirale. Da hat das Buch dann noch ein bisschen mehr Hoffnung. Beides ist eine sehr interessante Milieustudie. Es kommt auch viel und Dings und Dings und Dings vor. Also mich haben diese Sprachtix auch ein wenig gestört, aber ich war von dieser Präsentation fast schon gelangweilt. Also es war schon anstrengend, das Buch durchzulesen. Gerade wenn man dann vorher den Film gesehen hat, dann ist es fast schon ein kleines Downgrade. Aber es ist sehr, sehr interessant zu lesen. Auch diese ganzen Beobachtungen fand ich nett. Aber vieles hat man wirklich schon nach der ersten Hälfte verstanden. Die zweite ist dann fast schon so ein bisschen belehrend, würde ich sagen. Weil ja, dann passiert das, damit die Person die Erfahrung quasi mit sich nimmt. Bei einer Person hat es dann auch geholfen, dass die in eine Schlägerei geraten ist. Dadurch konnte man noch mehr Personen auseinanderhalten. Es war wirklich so ein bisschen, wie hätte einer mit so einem Programm herum experimentiert und damit einen Comic entworfen. Also ich fand es fast schon zu schlicht designt. Also es war ein bisschen anstrengend zu lesen. Guckt mir erst mal vielleicht in den Film ran, wenn euch dann das Thema interessiert oder ihr Hardcore-Fans seid. Dann gönnt euch nochmal den Comic oder lest vielleicht eher das Buch. Oder guckt euch einen Programm von Felix Lobrecht an. Der Breedstorm ist zumindest froh, dass er jetzt was über ein Milieu von vor 20 Jahren weiß. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, ich habe ja immer so meine Erfahrungen in Berlin, wenn ich da so bin. Also es passt zu Dingen, die ich da teilweise feststelle. Tatsächlich auch, ja. Wenn der Breedstorm in geheimer Mission in Berlin unterwegs ist, in den Undercover-Milieu ist. Ich habe keine Erfahrung mit Felix Lobrecht. Ich weiß, dass der existiert. Damit war es das dann eigentlich auch schon. Ich höre auch raus, dass es jetzt nicht super dringend ist, dass ich das informiere. Also den Film kann ich empfehlen. Es ist für mich einer der besten Filme 2023. Und also wirklich ein sehr guter deutscher Film. Den kann ich empfehlen. Ich habe heute meine Liste gemacht mit Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich verpasst habe, die ich noch nachholen möchte. Er steht da nicht drauf. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht ergänzen. Ich weiß, wo sind noch die Turtles drauf zum Beispiel? Das stimmt tatsächlich. Der steht da auch noch mit drauf. Ich war lange außer Gefecht. Ich habe es nicht ins Kino geschafft. So gut, dann haben wir hier Sonne und Beton abgehakt. Dann sage ich, Andi, jetzt darfst du auswählen, ob du dich erst in Rage redest. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht redest du dich auch bei mir in Rage. Keine Ahnung. Überrasch uns. Was stellst du vor? Wenn ich was vorhabe, dann dich zu überraschen, Andi. Nichts möchte ich mehr. Ich fange allerdings an, wenn ich es immer so mache. Ich habe meistens einen eher aktuellen Comic dabei und eher einen, der aus der Sparte kommt, Dinge, die ich schon lange lesen wollte. Warum das auch in diesem Fall, und das werde ich erst in der zweiten Vorstellung so machen, dann eigentlich nur eine Tarnung ist für mein eigentliches Thema. Das werdet ihr später rausbekommen müssen. Und deshalb rede ich jetzt über den allerersten Band der Reihe Second Coming. Die Wiederkunft. Das ist ein Comic, den hat mir der dann das Verlag netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Und ich hatte die große Freunde, den zu lesen. Kurzfassung ist, hier trifft Superman auf Jesus oder Jesus auf Superman. Und die erleben ein Abenteuer. Das ist jetzt so ein Setting, das hat man in der Form, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, wahrscheinlich schon ungefähr 1000 Mal in anderen Variationen gesehen, gelesen oder gehört. Denn so richtig überraschend, dass zum Beispiel da auch Parallelen vorhanden sind. Ja, dass Superman so ein bisschen als gottähnliche Figur über allem tatsächlich schwebt. Und auch er der Heilsbringer ist, der Erlöser ein Stück weit. Und eben eine Glanzfigur. Auf der anderen Seite, dass Jesus vielleicht auch irgendwie so eine Art Superheld gewesen ist. Zumindest, falls er überhaupt existierte zu seiner Zeit. All das sind Gedankengänge, die haben wir in der Form schon mal irgendwo auch ungefähr 1000 Mal woanders gelesen und gehört. Das macht übrigens auch Patton Oswald, den wir kennen, der Comedian-Schauspieler, hast du nicht gesehen, in seiner Einleitung zum Buch, zum Thema. Und behauptet, dass wir hier in dieser Reihe etwas sehen, was wir so in der Form noch überhaupt gar nicht gesehen hätten. Und eigentlich hat er da halt nicht recht, wie ich finde. Denn letztlich ist es genau das. Wir erleben hier den Jesus. Das ist der klassische Jesus, der christliche Jesus, der von seinem Vater auf die Erde geschickt wird. Einfach, einfach, weil er auf die Erde geschickt wird. Warum ist auch völlig egal. Und dann gibt es noch Sunstar. Sunstar ist hier eben diese Superman-Alternative. Der kann, ich glaube, der hat hier in dem Fall keinen Hitzeblick, kann nicht durch Wände gucken, hat auch keinen Eisstrahl. Aber er kann halt fliegen, ist stark und hast du nicht gesehen. Und ist auch so ein bisschen so der krasse Superheld halt auf seinem Planeten, auf einer Erde, die wir hier sehen. Und die treffen aufeinander, unterhalten sich und haben irgendwie so eine Art Abenteuer. Aber eigentlich haben sie das nicht. Weil genau genommen, und das ist schon der größte zentrale Kritikpunkt an dieser Reihe, haben wir weite Teile der Handlung, denen beide Figuren eigentlich getrennt voneinander Dinge erleben. Das ist blöd. Weil dieser Aufhänger, der halt wirklich ein bisschen cool sein könnte, von dem ich so ein bisschen auch sowas erhofft hatte, wie, keine Ahnung, Preacher. Oder halt irgendwie was Krasses, was Radikales vielleicht ein Stück weit. Das habe ich so der Form alles nicht gekriegt. Und es ist eigentlich eben genau das nicht. Also wir haben natürlich vielleicht ein bisschen Interaktion von, ich nenne jetzt ab jetzt immer Superman, weil Sunstars fischig, also Superman halt. Der trifft mal auf Gott zum Beispiel. Oder auch die Interaktion von Gott und Jesus. Das ist alles so ganz nett, weil das halt eben Vater und Sohn gespannt ist und so. Ja, ich möchte jetzt mal einen Punkt mal rausgreifen. Wenn der Superman zum Gespräch bei Gott geladen wird, dann wird er in den Himmel hochgeholt und dort sind sie im Food Court des Himmels. Ja, also wie man das aus diesen riesengroßen Malls kennt, wo dann eine Etage oder zumindest ein Bereich unfassbar viele, vor allem Fast Food Restaurants beinhaltet. Und hier in diesem Food Court des Himmels sind Fast Food Ketten, die es halt nicht mehr gibt. Die sind quasi tot und jetzt im Himmel und dort können alle kostenlos Essen bekommen. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich dann so sage, ja okay, also die erleben halt irgendwas. Was sie erleben, ist auch völlig egal. Ist auch der erste Band, der zweite ist im März nächsten Jahres schon angekündigt. Und da wird so ein bisschen rumgeplänkelt. Natürlich spielt auch Lucifer, der immer lustigerweise Luzi genannt wird, hier eine Rolle. Es gibt eine Handvoll andere Superhelden, es gibt natürlich Bösewichte, aber alles völlig generisch und austauschbar, wie ich finde. Gerade auch, weil es wirklich in keinster Weise überraschend ist und vor allem überhaupt nicht nutzt, dass diese beiden Figuren deutlich mehr miteinander interagieren könnten, woraus auch ein gewisser Witz entstehen könnte. Vielleicht kommt das später, in dem ersten Band geht das leider vollends unter. Was mich dann außerdem noch rausgerissen hat, ist, dass hier schlicht wechselnde ZeichnerInnen am Wärts sind. Diverse Artists sind hier beteiligt oder wenn die mal nicht beteiligt waren, dann haben wir zumindest teilweise stark voneinander abweichende Artworks und Stilistiken einfach. Das gefällt mir manchmal so gar nicht. Und dann gibt es dann auch den Versuch, das Ganze nochmal zu erklären. Wenn wir beispielsweise Gott sehen, dann gibt es irgendwo später, ich weiß nicht, war es im Nachwort oder wo habe ich das gelesen, da wird dann gesagt, ja, dass es dem Autoren besonders gut gefallen hätte, dass hier bei Gott, jedes Mal, wenn wir ihn in Panels sehen, eigentlich von Panel zu Panel, er ein bisschen anders aussähe und wir sehen das zum Beispiel auch in Farben, dass die Farben der Klamotten Gottes ein bisschen voneinander abweichen. Aber entweder ist es wirklich voll mit Absicht gemacht und so, oder aber es ist einfach ein Zeichen schlechter Absprache zwischen den Artists. Also beides halte ich für nicht ausgeschlossen und das mochte ich dann alles nicht so. Kurzum, ich muss leider von Second Coming abraten, zumindest im ersten Band. Das ganze Ding war nett, aber in keinster Weise herausstechend, hat keine relevanten Dialoge, witzige Dialoge erst recht nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, das ich gerne gelesen hätte. Sieht nicht immer gut aus und nutzt vor allem diesen Grundplot, diese Annahme, dass es geil sein könnte, dass Superman auf Jesus Christus trifft. Daraus wird nahezu nichts gemacht. Leider eine Enttäuschung, wie ich sagen muss. Und ich weiß, dass der Leger Legende den auch gelesen hat, der hat irgendwas geschrieben von zu kleiner Schrift. Ich weiß nicht genau, was er meint. Im Comic ist mir das nicht aufgefallen. Wir haben hinten noch ein riesen Glossar drin und das ist so ein Ding, darüber könnte man sich auch mal unterhalten. Denn bei der Übersetzung dieses Buches, für das der von mir doch sehr geschätzt, ich kenne den, weil ich den nämlich, genau, Jens R. Nielsen, das ist der Haus- und Hofübersetzer von Apfentantes Verlag, ich habe den mehrfach schon getroffen. Den kannst du auch über Gott und die Welt befragen und er hält lange Monologe zu Dingen, die er weiß, weil der sehr schlau ist. Der hat ein ganzes Glossar gemacht, in dem er halt auch verschiedene Dinge in den Panels eingeht, die ihm aufgefallen sind und die man halt dann da irgendwie noch erkennen kann, um weitere Ebenen aus dem Comic zu ziehen. Das ist alles ganz schön und gut, aber es kann doch nicht sein, dass ich für die, was ist das, keine Ahnung, es gibt sogar eine Seitenzahl, 164, sagen wir mal nicht ganz, 170 Seiten, dass ich da noch ein Glossar brauche, um alles zu durchdringen und jeden Parallelverweis und so. Das ist mir alles, das tut mir leid, das gibt der Comic eigentlich nicht her. Ja, da ist, ich finde es sehr gut, dass sie das Glossar machen, eben habe ich bei Sonne und Beton, also nicht kein Glossar, hier ist kein Glossar, das hat ja eine andere Bezeichnung, wartet mal. Die nennen das Anmerkungen, ja, das passt auch eher. Also diverse noch Erläuterungen, um einen Mehrwert aus dem Ding zu ziehen. Wem das was gibt, der kann sich da auch noch drauf stürzen. Danke für den Aufwand, aber es macht mir den Comic nicht interessanter. Patrick, du hattest ihn auch in der Hand oder gekauft, glaube ich? Nein, ich habe tatsächlich wie du auch ein Rezensionsexemplar bekommen. Man muss dazu sagen, Josh hat uns in München den Comic so empfohlen, so davon geschwärmt, dass dann die Mail rausging und gefragt wurde, ja, wer will ein Rezensionsexemplar? Und wir natürlich wussten, oh, das wäre fast ein Vertigo-Comic gewesen. Dann wollten wir das natürlich beide lesen und entsprechend waren wir auch beide gehypt. Was ich hier auch ein bisschen seltsam finde, du hast es schon wehnt, Gott sieht immer wieder mal anders aus. Er wird hier teilweise aus einer Mischung aus Brian Cox und Robert De Niro beschrieben. Manchmal sieht er aber auch aus wie der alte Sean Connery. Aber eine Stärke, die du jetzt nicht hervorgehoben hast, war, dass es teilweise ein bisschen von diesen menschlichen Momenten so ein paar gab. Also Gott ist am Anfang ein ziemliches Arschloch, ist davon abgefuckt, dass man Jesus versucht hat, nicht versucht hat, man hat ihn gekreuzigt. Und deswegen wollte er seinen Sohn da gar nicht erst großartig wieder auf die Erde schicken. Dann sieht er irgendwann diesen Superman-Ferschnitt und denkt, okay, das wäre vielleicht eine Idee für dein Comeback. Schickt ihn wieder auf die Erde, hat aber Schiss, dass Jesus mal wieder gekreuzigt wird. Und Lutz vermischt sich dabei natürlich auch ein. Also es gibt da schon ein paar nette Ansätze, aber ich hätte auch deutlich mehr Interaktion zwischen Jesus und möchte gern Superman gesehen. Und ja, es gab auch so Momente, wo du den toxischen Superman siehst. Also wenn jemand ein Superheld ist und da hat eine Freundin und da hat das Gefühl, die geht fremd. Und da gab es so ein bisschen diese absurde Mischung aus Fremdscham und okay, das ist jetzt gefährlich, was er macht. Diese Eifersuchtsmomente, das fand ich schon ganz lustig. Also in den Momenten, wo die beiden gemenschelt haben oder auch wo Gott gemenschelt hat, da war es interessant. Aber von der Prämisse hat man sich doch ein bisschen was Derbares erhofft. Wenn man sagt, ein ehemaliger Vertigo-Titel. Es gibt auch zum Beispiel von Robert Kirkman, Battle Pope, der ist deutlich stumpfer, aber vom Unterhaltungswert hätte er mich irgendwie ein bisschen mehr bespaßt. Also da ist es dann Jesus mit einem, ja, mit einem Superheldenpapst, der dann die Welt unsicher macht, aber im Prinzip dieselbe Gemüse. Also wir haben die wirklich ein paar Mal schon gesehen. Ja, Patton Oswald, schön, dass du deinen Namen dafür hergegeben hast. Und ich weiß nicht, für einige Arbeiten zu schätzen, da kommen wir später drauf zu sprechen, aber da dachte ich auch, wie viel haben die ihn für dieses Vorwort bezahlt? Es stimmt doch einfach nicht, was er sagt. Das ist nicht sonderlich kreativ, was wir hier lesen. Und fandest du es auch schräg, dass die diesem Superman quasi einen Schlafanzug angezogen haben? Das Kostüm ist ein Schlafanzug. Es sieht sehr klassisch aus, also ja, es ist ein Schlafanzug und auch wie manche Sachen da geregelt werden, ich sag nur Affenvolk, fand ich seltsam. Oder auch, ja, Jesus geht hin zu den Menschen und sagt, oh, er ist Jesus und natürlich, das fand ich einen lustigen Moment, passiert genau das, was man sich denkt. Und unsere abgefuckte Gesellschaft denkt, okay, der ist für Jesus, der Typ ist bekloppt. Solche Momente fand ich dann schön, davon hätte ich gern mehr gehabt. Also ich hätte mir gehofft, dass sich der Comic so viel traut, wie es auf dem Cover vielleicht angedeutet wird. Und ich weiß auch, dass Ariane den zum Beispiel sehr, sehr gut fand, den Comic und den empfohlen hat. Also war ich doppelt gehypt. Anni, du hast jetzt gesagt, dass da Zeichenstile sich ändern, dass da unterschiedliche Leute arbeiten, weil auf der Dante-Seite wird nur ein Zeichner angegeben. Ist das dann, also... Das stimmt tatsächlich, ich hab die auch gerade vor mir und man sieht aber, wenn du das mal so ein bisschen durchklickst, bei den historischen Rückblicken siehst du schon, dass das eine andere, auch Kolorierung zum Beispiel ist. Da kommt leicht raus, dieses, doch, doch, da sieht man auf jeden, ach nee, man sieht nur diesen alten, na klasse, das sind die allerersten Seiten. Das wird deutlich, boah, im Cover kann man es vielleicht leicht erkennen, es wird teilweise deutlich Mainstreamiger. Sehr viel Mainstreamiger. Also so wirklich wie VGC und so auch eben aussehen. Das ist auch der Hauptziel übrigens. Ich hab auch die E-Mail halt bekommen, ich glaub, wir sind da wahrscheinlich alle in dem Verteiler auch von Dantes drin. Und ich hab mir halt kurz in die Leserprobe geschaut, hab festgestellt, nee, gefällt mir nicht. Was mir leider häufig so geht bei Sachen, die Dantes rausbringt. Und ich hab's jetzt auch extra eben nochmal auf der Website auch nochmal nachgeschaut, dass, also zumindest in dem Text, den Dantes da auf der Website präsentiert, halt wirklich nur, ich glaub, Richard Pace als Zeichner steht. Auf dem Cover vom Comics sind mehrere Namen, wo mir aber ja nicht gesagt wird, dass das noch Zeichner vielleicht sind, die da mit draufstehen. Da würde ich mir so als Konsument dann schon mehr Informationen, weil die Leseprobe sieht ja auch sehr einheitlich aus. Also wenn ich mir das so schnell durchklicke, käme ich nicht auf die Idee, dass da unterschiedliche Zeichner in dem Band versammelt sind. Ja, ich versuche gerade ein bisschen zu differenzieren, was schwierig ist, weil die sich teilweise innerhalb der Hefte schon auch abwechseln schon. Ja, so, dass da gesagt wird, du machst die Seite, ich die Seite. Und man kann es nicht, zum Beispiel an der Zeitebene, in der es spielt, und er wechselt halt ein bisschen, ne, wie Jesus, tausend Jahre alt und so. Aber schon da kann man's auch nicht dran festmachen. Okay. Also ich, ja, mitten im Heft wäre einfach die Seiten gewechselt. Weil das hätte natürlich dann wiederum Sinn gemacht, so haben sie es ja damals bei Supreme gemacht, als Alan Moore für Rob Liefeld Supreme geschrieben hat. Da hatten sie dann unterschiedliche Zeichner, einer, der die Gegenwart gezeichnet hat und einer, der die Vergangenheit gezeichnet hat. Und das dann eben auch in so einem alten Stil, wie so Golden Age Comics dann eben auch. Da hat es halt total Sinn gemacht, also sowohl vom Stil her, als auch, dass man eben, und das ist ja jetzt auch nicht unüblich, das gibt's ja auch bei verschiedenen Comics, dass man so Zeitebenen eben unterschiedlich zeichnet. Ja, bei Kärmer, glaube ich, hatten wir was Vergleichbares auch zum Beispiel, ja. Bin da bei dir, aber das ist leider nicht der Grund, das ist irritierend, das ist einfach schlimm irritieren. Ja, okay, verstehe. Ja, aber ich fand den Comic jetzt ganz nett, aber da wäre mehr drin gewesen. Also ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie Andi, nur, ich fand ihn leider nur nett. Aber ich würde auch Band 2 eine Chance geben, wenn man jetzt ein bisschen mehr zusammenspielt zwischen Jesus und Sunstar hat. Wenn du Band 2 nicht bezahlen musst. Genau. Ja, das ist natürlich immer nur so die Frage. Will man dann für Band 2 Geld ausgeben, wenn man Band 1 schon nicht so dolle fand? Aber vielleicht immer aus einer Bücherei oder so. Oder vom Krabbeltisch. Was wir natürlich Breedstormin nennen, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht irgendwie falsche Begriffe verwenden. Okay, gut, ist ja bis jetzt die Auswahl noch gar nicht so dolle, was die Empfehlungen angeht. Dann schauen wir mal, was Comic 3 uns bringt. Patrick, schieß los. Also, ich habe mich beim Comic-Stammtisch mit dem Leger Legende abgesprochen. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei diesem Simpsons Necronomibus ist ein Zungenbrecher, dass viele Besprechungen gar nicht gewürdigt haben, was für unterschiedliche Zeichner da drin sind. Hat zum Beispiel auch angemerkt, dass nicht mal der Dude von Doods Comic Corner das sehnt. Und ja, ich habe jetzt hier mal erstmal eine Auflistung an Namen, die zum Beispiel hier beteiligt sind. Mark Hamill, Alice Cooper, Ben Morrison, Jeff Smith, Jay Thompson, Mike Roth, Mike Allred, Alice Cooper, Paul Dini, Ted Nafi, Lemmy, Patton Oswalt. Also, da schließt sich schon wieder der Kreis. Und ja, es geht ein bisschen unter, weil das jeweils nur Anfang in der Einleitung erwähnt wird, beziehungsweise in der Inhaltsangabe. Und beim Schlussklossar, beziehungsweise, wie wird es hier genannt, wahrscheinlich beim Index. Es ist beim Index. Und da beim Kreaturenindex. Und da geht das dann so ein bisschen unter, dass hier teilweise richtige Comicgrüßen, teilweise richtige Stars sich an dieser Bart Simpsons Horrorshow damals beteiligt haben. Und da teilweise sogar Eisner Award prämierte Simpsons Comics gezeichnet haben. Und das finde ich schade. Bei den damaligen Veröffentlichungen standen die Namen dick und fett auf dem Cover. Also, du hast dich nicht gefragt, wer hat das und das gezeichnet. Es war wirklich wie auf so einer Plattenziehe, auf so einer CD, wo die ganzen Namen dann draufgeprangert sind. Oder bei einem Kinoplakat. Und ich habe mir da teilweise deswegen damals die Bart Simpsons Horrorshow-Hefte deswegen gekauft. Und wenn mich das interessiert hat, was macht ein Lemmy für einen Comic. Später waren es auch Len Wein und Bernie Wrightson, also die Swamp Thing-Schöpfer, die diese Swamp Thing-Hommage da rausgemacht haben. Und ja, es geht leider ein bisschen unter, weil es nur im Index und in der Inhaltsangabe festgemacht wurde. Und am Comic wird es am Anfang kurz erwähnt. Und ja, dadurch, dass die Cover fehlen, hat man das teilweise durch andere Cover, beziehungsweise, wie kann ich das jetzt am besten nennen, Themengebiete abgegrast wurde. Also, wir haben jetzt hier andere Themen, da wurde das alles eingeordnet. Du hast da wirklich eine wild durchgewürfelte Chronologie. Du hast eine Story von 2003 und dann hast du die nächste Story ist dann von 2013. Bei mir ist der innere Monk da so ein bisschen an seine Grenzen gekommen, wo ich dachte, irgendwie hätte ich das gern in der klassischen Version gehabt. Gern ein bisschen abgespeckt mit dem redaktionellen Teil. Aber zumindest, dass man so die Hefte in der klassischen Form abgedruckt hätte. Weil dadurch hat sich für mich so dieses stimmige Kindheitsgefühl wieder eingestellt. Aber dadurch war es ein bisschen so ein Chaos. Ein paar Dinge sind auch echt nicht gut geeifert. Wir haben dann zum Beispiel so Einzelseiten. Kennt Anni zum Beispiel noch von den Stinkefinger-Einhorn-Comics. Wenn da so ein paar Themengebiete abgegrast wurden. Die Lieblingsheldenkostüme vom Comic-Book-Guy oder so Papierfiguren zum Ausschneiden, wo ich mir denke, ja, die Eltern werden sich freuen, wenn die Kinder da bei dem 59-Euro-Comic auf einmal das Ding auseinanderschneiden, weil da so Papierfiguren zum Ausschneiden drin sind. Also es ist nicht alles gut geeifert, aber die Eisner-Award-prämierten Dinger oder auch die Horror-Hommages sind dann teilweise wieder sehr gut gelungen. In den besseren Momenten hat sich das wie so eine schöne Anthologie gelesen, wie diese Treehouse-of-Horror-Folgen oder sowas wie so ein Hybrid aus Love, Death and Robots oder Star Wars Visions gepaart mit so ein bisschen Horror-Hommage, mit so ein bisschen Geschichten aus der Gruft gepaart. Und in den Momenten fand ich das wirklich am stärksten, weil die Simpsons-Comics sind in ihren Zeichenstilen teilweise wirklich sehr, sehr festgefahren. Die mussten einheitlich gezeichnet werden. Hier können sie wirklich experimentell sein. Hier kann Mark Hamill mal eine Story schreiben. Hier kann sich Sergio Aragones austoben. Also hier konnte man wirklich sehr schön variieren. Und in den Momenten hat es mir wirklich Spaß gemacht. Aber durch die genannten Schwächen hat mich dieser Kindheits-Nospital-G-Trip nicht so sehr gekickt, wie ich mir gehofft habe. Und bei einem Preis von 59 Euro wäre es vielleicht auch drin gewesen, das so in der alten klassischen Form so abzudrucken. Oder eben dann am Schluss so eine Cover-Galerie da rauszuhauen. So gehen viele der Künstler leider wirklich unter, was ich schade finde. Und dann für 59,99 Euro ist schon ein heftiger Preis. Da hätte man die Seiten vielleicht auch mit abdrucken können. Und auf die paar Cent kommt es dann auch nicht mehr an. Also so eine leicht vorsichtige Fehlung, wenn ihr bereit seid, das Geld zu zahlen. Oder Breedstorm vielleicht die alten Hefte. Und das tut mir weh, weil ich mag eigentlich so ziemlich alles von Splitter. Die haben auch wirklich eine hochwertige Aufmachung. Das kann man sehen. Wow, cool. Auch dieses Wortspiel Necronomibus. Es ist nett gemeint, aber es ist für mich irgendwo verschlimmbessert worden. Leider. In seinen Ambitionen. Das finde ich so ein bisschen schade dabei. Es ist tatsächlich immer ein bisschen schade, wenn so Sammelbände rauskommen, wo der Inhalt, das Gesammelte eigentlich von hoher Qualität ist. Dann aber in der Verpackung ein bisschen was hapert. Also wenn man eine teure Luxusausgabe rausbringt, die dann aber bei der Präsentation irgendwie nicht so richtig 100% macht. Naja, also das Ding sieht auch wirklich super hochwertig aus. Es sind da wirklich so diese kleinen Mängel. Vielleicht ist es auch zum Großteil da der innere Monk. Aber irgendwo hätte ich es mir so in der klassischen Version dann doch gewünscht. So hat es mich schon ein bisschen irritiert. Und ja, ich mag diese Three House of Horror wirklich sehr. Deswegen, ja, ich wurde bespaßt. Ich finde es trotzdem so ein bisschen schade drum. Ich habe nur wenige von den Comics. Ich habe mir ein Heft damals gekauft, weil Jimma Food eine Geschichte drin hatte. Und der nun mal mein Lieblingszeichen ist so. Das ist das eine der alten OS-Hefte noch, die ich habe. Aber ich fand das damals eigentlich auch mal sehr, sehr schön bei dieser Reihe, dass eben so unterschiedliche Zeichenstile da drin sind, dass da unterschiedliche Leute sich austoben können. Und man kennt es ja auch von der Fernsehserie, dass halt in den Geschichten halt auch irgendwie wirre Sachen, Horror, Science-Fiction Sachen, wie so in der Twilight Zone halt irgendwie passieren können. Und das ist einfach natürlich auch optimal, dann das auch in unterschiedlichen Zeichenstilen dann auch durchspielen zu können. Ich habe jetzt den Sammelband noch nicht in der Hand gehabt. Keine Ahnung, wie der so aussieht. Aber an sich sollen die Comics ja eigentlich nicht so schlecht sein. Und so kleine Berücksichtigung, man konnte das Ding bei Splitter und bei diversen Comic-Shops vorbestellen, dann hat man so einen Rabatt bekommen. Also dann hat es nur 50 Euro statt 59 Euro gekostet. Also 59, 95, 99. Dann war es 10 Euro billiger. Das fand ich so einen fairen Deal dabei. Aber trotzdem, 50 Euro sind dann trotzdem 50 Euro. Und dann würde ich wirklich abgeholt werden. Was? Hast du gesagt, wie viele Seiten das Ding hat? Ich weiß nicht mehr. 416. Patrick, mal eine kurze Frage. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit ja auch mal hier so ein Simpsons-Ding vorgestellt, das war irgendein zufällig ausgewählter Sonderband. Ist das was, was man sich vielleicht einfach, gut für 416 Seiten wird es wohl zu schwer sein, aber was man sich, keine Ahnung, irgendwo hinlegt und dann immer mal so eine Geschichte liest und das Ding halt vielleicht einfach nicht am Stück lesen sollte? Wäre das eine Idee? Das wäre auch eine Idee. Dafür eignet sich das ja super mit seinen vielen kurzen Geschichten. Also du hast da kaum eine Story, die länger als 10, 15 Seiten ist. Lass es auch mal 20 Seiten sein. Und da gibt es wirklich schöne Hommages, Waylife und der kleine Horrorladen. Also ja, die angehenden Horrorfans können da wirklich sehr gut reinlesen. Es gibt auch zum Beispiel eine Metropolis-Anspielung oder auch Batman-Hommage. Genau, das ist vielleicht eher zu sehen als so ein, ja klar, Sammlerstück und so, aber wie so ein, wie heißen die, Coffee-Table-Book, wo du halt mal reinguckst, wenn du mal so Bock hast und das jetzt gar nicht so als klassische Comic-Wecksucht-Lektüre zu begreifen. Ich glaube, das könnte vielleicht, wenn man so rum rangeht, auch von der Erwartungshaltung her vielleicht eher was sein. Ja, und es war ja auch für mich damals so, da gab es 21 Hefte, lass es mehr sein. Ich habe mir die auch einmal im Jahr geholt und fand das schön, dass da wirklich so diese zwei, drei Storys waren, die du mal nebenbei, vielleicht im Zug, vielleicht am Klo, mal so nebenbei lesen könntest. Also du musst da nicht aufmerksam sein. Aber im Vergleich zu den Simpsons-Comics, die ähnlich wie die Serie irgendwann sehr stark abgebaut haben, war es hier schon allein durch die Abwechslung deutlich kurzweiliger zu lesen. Und ja, ich muss diese vielen unterschiedlichen Stile hier wirklich hervorheben, weil hier auch viel mit Horrormargen und Filmanspielungen gespielt wird. Das kann wirklich Spaß machen, wenn man sich dann darauf einlässt. Also auch so eine gemischte Besprechung zu dieser speziellen Ausgabe zumindest in anderen Ausgaben. Also die Comics-Gut-Ausgabe nach Geschmack. Bingo. Gut, dann stelle ich meinen ersten Comic vor und ich sage es gleich vorneweg, ich mag den. Also von daher haben wir jetzt beim vierten Comic mal einen. Voll gut, ey. Den ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Der Comic heißt Paper Planes, ist erschienen bei Maverick. Maverick und Maverick ist so ein Unterlabel von Mad Cave Studios, amerikanischer Independent Verlag. Ich habe da schon mal die Comic-Reihe The Last Session vorgestellt vor einiger Zeit. Die ist eben bei Mad Cave erschienen, wurde von Dozer Draws gezeichnet und Dozer hat auch Paper Planes gezeichnet. Geschrieben ist das Ganze von Jenny Wood und gelettert von Micah Myers. Das ist dieses Jahr erschienen und kommt in so einem, das ist, glaube ich, relativ genau DIN A5, so ein kleines Paperback-Format daher. Ich weiß nicht exakt, wie viele Seiten es sind. Es hat keine Seitenzahlen und ich habe es nicht herrecherchiert. Aber ja, kommt in so einem, ich nenne es mal, einem jugendlichen Format, weil es auch ein jugendliches Thema ist. Es geht um zwei junge Menschen, die gehen zur Highschool und sind sehr gut miteinander befreundet, zumindest eine Weile lang. Der Comic arbeitet nämlich auf verschiedenen Zeitebenen und in der Gegenwart-Ebene sind diese beiden Menschen in so einem Sommercamp für Jugendliche, die sich irgendwie falsch verhalten haben. Die war sowieso ein bisschen so ein Strafcamp, wo man wieder anständiges Benehmen lernt und das man absolvieren muss, damit man danach wieder auf eine normale Schule gehen darf. Sonst wird man auf irgendeine andere komische Schule geschickt, wo man eigentlich nicht hin will. Das heißt, die beiden haben sich also irgendwie irgendwas zu Schulden kommen lassen, was dazu geführt hat, dass sie in dieses Camp geschickt werden. Und man merkt auf dieser Zeitebene auch, zwischen den beiden ist es irgendwie kriselt es mir auch so. Also die waren wohl schon mal besser befreundet, als sie es zu dem Zeitpunkt da jetzt gerade zu sein scheinen. Und dann gibt es eben diese Ebene in der Vergangenheit, die halt auch verschiedene Stufen durchläuft, wo die beiden also noch ein bisschen jünger sind, wo sie also sich anfreunden, wirklich gut befreundet sind. Und bis dann, wann Richtung Ende des Comics, man dann auch erfährt, was ist denn da eigentlich passiert, was die beiden in dieses Camp gebracht hat und was auch irgendwie ihre Freundschaft so ein bisschen mit zum Kriseln gebracht hat. Das Ganze, ja, man merkt es schon, Coming-of-Age-Story, es geht um Erwachsenwerden, es geht um das Sich-Selbst-Finden, so wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein, lebe ich das Leben, das ich gerne möchte. Die eine Figur möchte zum Beispiel eigentlich gerne Künstlerin werden, aber ihre Eltern finden, du hast doch total Tennistalent, du solltest vielleicht Sportlerin, Tennis-Profi werden und dann macht sie eben mehr Sport als eigentlich Kunst und der Freund, die Freundin sagt aber, du willst doch eigentlich Künstlerin werden, warum machst du denn jetzt Sport? Ja, meine Eltern meinen eher das, aber Kunst liegt dir doch viel mehr und so. Und dieses mit sich selbst so ein bisschen hadern so in der Pubertät im Teenager-Alter und dann auch so mit den anderen Menschen, die einen umgeben und auch irgendwann feststellen, so dieses, ja, so sind wir noch die, die wir waren, als wir uns kennengelernt haben und unsere jetzigen Ichs, passen die noch so gut zusammen, wie es früher mal war? Es gibt hinten auf dem Comic eine Rezension oder so ein Blurb, so ein Zitat von Publishers Weekly und da steht der schöne Satz A reminder that growing up sometimes means growing apart. Und das beschreibt es eigentlich so sehr, sehr gut, was das Verhältnis von diesen beiden Figuren eben so ausmacht in dem Comic und was so das Thema des Comics ist. Es geht dann bei den einzelnen Figuren auch noch so ein bisschen so um Gender-Themen. Die eine Figur ist, glaube ich, non-binär, ich bin mir gar nicht mehr so 100% sicher. Dann gibt es natürlich auch noch andere Figuren, gerade in diesem Camp. Also es werden dann eben auch noch so andere Freundschaften geschlossen, was dann auch wieder so ein bisschen zu Krisen führt. Wieso hängst du denn jetzt mit denen rum? Wir waren doch mal befreundet. Und so dann in dieser Vergangenheitsebene gibt es natürlich auch noch andere Figuren, Mitschülerinnen, Mitschüler, wo es dann verschiedene Freundschaften und natürlich auch Feindschaften in einem gewissen Sinne auch gibt, was dann auch Teil der ganzen Handlung mit ist. Also ein jugendlicher Comic, ein Coming-of-Age-Comic von Dozer Draws wieder wundervoll gezeichnet. Ich finde, ich mag die Zeichnung einfach immer sehr, sehr gerne. Tolle Farben. Dozer macht auch die Farbgebung ja selbst, hat auch da ein Konzept dabei innerhalb der Farben. Da kommen wir wieder zu dem, was wir vorher gesprochen haben, dass man so die Vergangenheit und die Gegenwart auch so an der Farbgebung so ein bisschen mit unterscheiden kann, dass man also daran schon erkennen kann, wo man sich gerade befindet. Dozer hat ja so einen relativ cartoonigen Stil, so ein bisschen Zeichentrickartig, hat er eine Zeit lang auch mal ein bisschen für Lumberjanes gezeichnet. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was und kann sich darunter ein bisschen was vorstellen. Also, wie gesagt, bei Maverick erschienen, von daher bisher nur auf Englisch verfügbar. Aber wer vielleicht auch jüngere Menschen in seinem Umbefell hat, die schon Englisch lesen können oder eben natürlich auch, ich bin jetzt kein jüngerer Mensch mehr, weit davon entfernt und habe trotzdem Spaß daran, also auch als älterer Mensch, wenn man Spaß an sowas hat, Paper Planes ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, kostet 15 Dollar und wie gesagt, ist halt so ein schmales Paperback im DIN A5 Format. Ach, Anni, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, keine Sorge. Du bist ein jung gebliebener. Ja, oder halt einfach nie erwachsen geworden, ja. Oder auch das, ja. Ich weiß genau, dass das auf jeden Fall was ist, wo Bridgestone richtig Bock drauf hat. Das bin ich mir schon klar. Bevor wir ihm seinen langen ausschweifenden Monolog entführen, warum er das jetzt gut findet, würde ich sagen, dass ich es wunderschön finde. Ich habe die Leseprobe hier auch vor mir und das gefällt mir doch echt ganz gut. Es ist wirklich, es ist einfach schön. Dozer Draws kann einfach richtig gut, voll gut zeichnen. Ja, so sieht es aus. So, Breedsome, hier ist dein Moment. Ja, also Zeichner von Lumberjanes finde ich schon gut. Also könnte man zumindest mal reingucken. Das war episch und ausschweifend, danke. Und positiver, als ich sie wartet habe, ich hätte ihn nicht mehr gefragt. Ja, ja. Ich bin mir gestimmt heute. Ich habe, gut, ich glaube auch, ich habe nicht Slice of Life gesagt, das ist ja normalerweise so das böse Wort. Ich dachte, mit Coming of Age habe ich schon verloren, aber Slice of Life ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ich habe mir vorhin bei Sonne und Beton auch schon gedacht, fällt das nicht auch schon das Slice of Life? Ich weiß, aber das Milieustudio ist wahrscheinlich das intellektuelle Slice of Life. Ja, es kommt mir dabei eher auch manchmal so auf die Altersgruppe so drauf an. So mit, ich kann so, mit so achtjährigen japanischen Mädchen kann ich meistens schlecht irgendeinen Bezug herstellen. Und da ist wieder das Manga-Bashing. So, Breedstorm, du hast noch einen anderen Comic mit dabei, der ist kein Manga, vielleicht eine Milieustudio, ich weiß es nicht. Was ist der Bus? Ja, ich habe jetzt einen Slice of Life Comic. und wir kommen vom Berlin-Storm zu Barcelona-Storm, denn in der Bus von Martin Tognola und Ramon Fadina aus dem Insektenhaus Verlag geht es um einen alleinerziehenden Vater in Barcelona und auf dem Cover von diesem wunderschönen Band, der sehr, sehr dick und groß einfach auch ist, ist ein, ja, ein Campingmobil, was unter Wasser durch so eine Stadt schwimmt. Man denkt sich, ja, was ist da los? Ist das die Apokalypse? Ne, es stellt sich raus, also der Fahrer dieses Autos ist der Bär, so heißt der gute Mann, weil er sehr groß und sehr breit ist, zusammen mit seiner Tochter, die auf dem Beifahrersitz sitzt und sie schwimmen durch diese Stadt, aber in Wirklichkeit tun sie das natürlich nicht, sondern sie wohnen in diesem Campingbus, weil sich der Vater einfach nicht leisten kann, irgendwo eine Wohnung zu beziehen mit seiner kleinen Tochter, für die er offensichtlich das Sorgerecht hat. Die Frau interessiert sich nur so nebenbei ein bisschen dafür, was mich ein bisschen irritiert hat in dieser Konstellation und so leben die beiden halt in Barcelona in diesem Bus und ab und zu entführt er seine Tochter auf so kleine Traumreisen erzählt der Geschichten, wie zum Beispiel diese Unterwasser-Geschichte, aber da der Bär einfach ein Freund von Popkultur ist, macht er das zum Beispiel auch mit Star Wars, das heißt, die beiden fliegen mit diesem Campingmobil in den Todesstern, in den Graben und versuchen den Todesstern zur Explosion zu bringen, also er bringt da sehr, sehr viel rein von Sachen, die er mal gesehen hat in seinem Leben, es gibt auch eine kleine Breaking Bad Episode oder sowas, was natürlich klar ist, wenn man so ein Campingmobil hat und auch verschiedene andere popkulturelle Anspielungen, aber an und für sich besteht der Alltag darin, dass er seine Tochter zur Schule fährt und dann geht er Tätigkeiten nach, er hat so ein bisschen so das Mädchen für alles so Hausmeister mäßig, aber wie wir es oft in Büchern aus Spanien sehen, ist Armut auch immer so ein Thema und manche Leute können ihn für seine Tätigkeiten, wenn er einen Wasserhahn repariert oder sowas, gar nicht bezahlen, aber die kochen ihm dann halt was und abends trifft er sich gern mit seinen Freunden, sie gucken in seinem Bus ein bisschen Fußball und gelegentlich trifft er auch eine Dame, was natürlich relativ schwierig ist, wenn du mit deiner Tochter im Campingwagen wohnst, aber insgesamt ist die Story von diesem Band deutlich positiver, als man sich das bei dieser Konstellation, das im Wohnwagen zu leben in Barcelona doch irgendwie vorstellen könnte, also das Ganze hat einen sehr, sehr schönen Unterton, der von den Zeichnungen auch sehr gut begleitet wird, die sind einfach sehr, sehr nett, rund, gemütlich, teilweise ein bisschen kindlich auch noch und es ist schwarz-weiß, aber mit so orange, ja, orangenen Akzenten tatsächlich dann da drin, dass das Ganze sehr warm macht und natürlich hat man immer so ein bisschen Mitleid mit dem Bär, aber es gibt auch einfach total lustige Momente, wenn er mit seinen Freunden irgendwas Bescheuertes macht oder wenn er die junge Dame date, die er gut findet und so weiter und so fort und das Ganze ist einfach ein richtig schöner Comic, wenn man einfach mal was Schönes, Nettes mit ein bisschen Abenteuer lesen will, da ist man da glaube ich ganz gut bedient. Das Ganze kostet 21,95 Euro, was für die heftige Größe da und die im Moment ja über 170 Seiten im Großformat eigentlich ein sehr guter schnappern muss und ich lege euch diesen Band somit ans Herz. Klingt doch schon mal gut. Du hast ja einen ganz guten Eindruck so von der Beschreibung. Ich habe noch nichts davon gehört gehabt. Als du den Titel in die Runde geworfen hast, hatte ich überhaupt keine Assoziation dazu und war deswegen auch sehr gespannt, worum es geht. Klang ja, klang ja ganz spannend. Andi, hast du den schon wahrgenommen gehabt, den Comic? Ja, ich weiß auch nicht wo. Also den hat man irgendwer irgendwo besprochen und das fand ich dann schon interessant. Ich habe mir jetzt auch die Leseprobe angeschaut und um es mal kurz zu machen, ich glaube, das könnte vom kompletten Portfolio des Insektenhausverlages, das ich kenne, das mit Abstand Interessanteste von allem sein, weil ich glaube, dass es einfach hier, ist ja letztlich, auch hier würde wieder das Milieustudio, dieser Begriff würde ja wieder irgendwie passen. Ich würde mir das sehr gerne mal genauer angucken. Das kann ich glaube schon so sagen, weil dieses Flüchten in andere Welten, da ist natürlich immer auch einhergehend damit, dass die ja manchmal nicht ohne Grund flüchten, solche Menschen. Das Leben in so einem mobilen, in so einer mobilen Wohnung ja letztlich, das ist ja auch nicht ganz unbekannt, das gibt es ja auch, keine Ahnung, wo haben wir das denn? Na geil, also dass das Menschen halt in ihrem, in ihrer Hausung, in ihrem Auto quasi wohnen, das gibt es schon auch in anderen Filmen, fallen mir, Filme fallen mir jetzt vor allem ein. Kurzum, ich will es mal sehen, ich freue mich fast drauf. Ich muss auch sagen, von der Beschreibung her, wie Breedstorm das geschildert hat, wäre ich nicht sofort auf Insektenhaus gekommen. Also das wäre nicht meine erste Idee gewesen. Patrick? Ich hätte es als erstes mit Reprodukt assoziiert, aber das sieht wirklich spaßig aus und auch dieser in andere Welten flüchten Aspekt gefällt mir da mit dieser Meta-Ebene. Das, obwohl ich jetzt nicht unbedingt so der größte Slice-of-Life-Fan bin. Aber wie der andere Comic oder Manga hat das Aspekt zur Umzeichnung, die mir gefallen. Hier ist das mit dem Slice-of-Life natürlich schon so ein bisschen da, aber es ist natürlich auch eine andere Alterskategorie. Also gerade Andi kann ja mit dem Vater sein da auch so ein bisschen connecten und das hat natürlich so Momente, die man mit Kindern vielleicht anders bewertet als ohne. Und das, da komme ich sehr, sehr gut mit zurecht. Ja, sehr interessant. Da werde ich mal die Augen offen halten. Ach, das schaut doch ganz spannend aus und klang auch nach einer interessanten Geschichte. So, jetzt ist der große Moment gekommen, auf den ich jetzt schon total gespannt bin, was der Andi uns eigentlich erzählen will und das am Beispiel von Blam. Lege los. Ja, also, wo fange ich an? Ich war mal im Internet und im Internet, da gibt es so Dinge, die nennen sich Shorts und nennen sich Reels. Das sind so ganz kurze, kleine Videos im Hochkantformat auf euren Mobiltelefonen und da wurde mir was, so ein Short irgendwie reingespült in meinen Feed. Da hieß quasi so grundsätzlich hier Geheimtipp, Nintendo hast diesen Trick, du kannst auf deiner Nintendo Switch Comics lesen. Und dann wird mir da in diesem Video eine App quasi vorgeschlagen namens InkyPen. InkyPen ist eine App, mit der ich Comics auf meiner Nintendo Switch lesen kann. Und das fand ich nicht nur skurril und absurd, das fand ich vor allem auch interessant und deswegen habe ich mich hier mal ein bisschen eingearbeitet und noch ein bisschen hin und her bin ich jetzt auf dem offiziellen Discord-Server von dieser App und habe dann da auch einen Pressezugang zugekriegt und der ist eigentlich der Hintergrund meiner heutigen, jetzigen Besprechung. Ich habe einen Comic gelesen, der mal locker, also Band 1, nämlich Band 1 von Blame von Tsutomo Nihai, der hat 400 Seiten und Band 2 habe ich auch schon zur Hälfte gelesen und den habe ich gelesen eben auch mit dem Wissen, dass ich es hier bei den Cookies vorstellen möchte, als eine Reihe, die halt tendenziell als Klassiker gilt und das ist bei Blame der Fall, denn das weiß ich ganz genau, ich habe mich mal ein bisschen informiert, die Reihe gibt es ja schon auch irgendwie ewig, die ist erschienen hier in Deutschland ganz früher mal irgendwann bei der Feast, lief die mal, also Egmont Manga heißt das letztlich, 2001 bis 2004 kamen die dort und ich habe schon zu Schulzeiten, nachdem ich von dem einen Kumpel alle Dragon Ball Z Bände bekommen hatte und die durch hatte, irgendwann dann auch ein Band, vermutlich war es der erste, von Blame bekommen und deswegen kann ich sagen, dass das vermutlich zu den mit ersten Manga zählt, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe, Blame scheint also ganz schön alt zu sein und vor allem auch recht beliebt, Blame hat offensichtlich auch ziemliche Vorlagen in der Stylistik und im Design bei Matrix, bei Alien, also HR Giga und so, da steckt ganz viel drin und Blame ist eine, nun ja, Schichte von einem Typen, der hat auch einen Namen, namens Kili, und der ist in einem Endzeit-dystopischen Setting, also voll schlimm, stellt euch vor, ihr seid in einem unfassbar großen Hochhaus und das geht noch viele Etagen nach unten und vor allem aber auch viele Etagen nach oben, alles ist komplett tot, es gibt irgendeine Form von Virus, nichts genaues weiß man nicht, aber auf jeden Fall sind Menschen quasi tot, es gibt noch unfassbar viele Roboter und nach der Lektüre des ersten Bandes, die wie gesagt über 400 Seiten, der wie gesagt über 400 Seiten beinhaltet, sind auch noch vor allem mehr Fragen als Antworten jetzt bei mir da, das ganze Ding ist krass düster und es ist vor allem unheimlich beeindruckend, was so die Designs und Optiken angeht, es ist ein Action- Shonen-Manga, der mir keine einzige Figur wirklich nahe bringt, aber muss er auch nicht unbedingt, denn wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Autorin, mit diesem Tsutomo Nihei, der hat auch noch andere Sachen gemacht, die mir auf die Schnelle nicht so alle einfallen, ist auch völlig egal, Fakt ist, dass der wohl in seinen Storys tendenziell immer denselben Ansatz hat, er zeigt uns scheinbar, weiß ich nicht, einen Helden oder eine Heldin, die bereits quasi schon in der Mitte von ihrem Journey ist, also von ihrer, eben von dem Abenteuer und wir erleben so Stück für Stück irgendwie deren Abenteuer mit und kriegen so ein Stück weit auch Antworten auf die Fragen, die sich irgendwie irgendwo ergeben. Ja, so ist das hier. Das Ganze hat scheinbar dafür gesorgt, dass wir bei der Reihe Blame immerhin acht sind es inzwischen von diesen riesen Editionen bekommen können. Davon zählen sechs dieser, wie heißen die hier, Monster Editions, Master Editions, sind quasi die Hauptreihe, dann gibt's noch nen Prequel namens Blame Noise und es gibt noch was relativ Aktuelles, das ist also damit dann der achte Band, Blame, die Flucht der Elektrofischer, whatever. Ich hab ihm jetzt anderthalb davon gelesen und fand's alles ganz interessant, aber, und dann will ich gleich zur eigentlichen Besprechung übergehen, es war mir viel zu wild, viel zu wirr, es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Action-Szenen, die teilweise sehr, einfach nicht, nicht richtig nachvollziehbar sind. Du siehst so Gewische, du siehst so mal so eine Nahaufnahme von dem Gesicht, von der Waffe, von was auch immer, aber es gelingt dem Autoren, dem Zeichner, das ist ja alles hier, Personalunion, nicht, eine saubere Szenendarstellung durchzuziehen. Man kann sich vieles zusammenreimen, wer also gewohnt ist, Action-Szenen zu lesen, der weiß, wie die einzelnen Panels gemeint sind, aber das ist der Kritikpunkt und auch der einzige, die ganze Action, und das ist ein Action-Comic durch und durch, eher vielleicht noch als Akira, den ich hier vor einiger Zeit vorgestellt hatte, und das war schon mega der Action-Manga, ist das hier wirklich zeitweise wirr. Das kann auch cool sein und so, aber es ist wirr und schwer für mich nachzuvollziehen gewesen. Die Master Edition erscheint bei CrossCult seit 2017, gibt es scheinbar alles noch zu kaufen und wie gesagt, die Designs sind toll, per se ist das Düstere auch geil. Ich kriege schon immer wieder neue Dinge erzählt und gezeigt, die ich irgendwie interessant finde, aber ich weiß nicht, ob ich weiterlesen muss, nachdem ich jetzt anderthalb Bände dieser Master Edition gelesen habe. Wie habe ich sie gelesen? Tja, jetzt haltet euch mal fest, ich habe sie gelesen auf meinem Riesenfernseher, denn da ist halt meine, Riesenfernseher, das habe ich 65 Zoll, da ist halt mein, meine Switch steckt da so drin und dann scrollst du halt da so durch und ey Leute, ich lese ja nun wirklich sehr viel digital, ich bin es gewohnt, sehr viel digital zu lesen und werde da gleich nochmal drauf eingeben, wenn Patrick über Invincible spricht, weil ich Invincible, den ich auch gerade lese und auf einer ganz anderen Plattform, wo ich auch einen Pressezugang habe, aber dazu gleich später mehr, jetzt in dieser App, da muss man sich schon fragen, warum sollte es Leute geben, die einen Comic, einen Manga oder was auch immer auf Inki Pen lesen, also eben einer App, die es nur auf der Nintendo Switch gibt und das ist nämlich schwierig, du liest sie, im Grunde nach liest du da alles in diesem Querformat, so wie halt dein Fernseher zu Hause bei dir rumsteht oder angebracht ist, das bedeutet, wenn ich durch hunderte Seiten teilweise durchgescrollt bin, weil ich mal zu meiner Seite springen wollte oder weil ich mir zum Beispiel mal einen Überblick von ganz anderen Reihen, es sind unfassbar viele Reihen in dieser App drin, wenn ich mir da mal was genauer angucken musste, wollte, dann ist es mir teilweise richtig schlecht geworden, also es war so richtig, richtig schlecht, so, also es hat, es dauert, das dauert so 30 Sekunden und dir ist richtig übel, du musst das scrollen, pausieren, sonst kotzt du auf deine Couch, das ist ganz schlimm, dass es mir zwei, dreimal passiert, da will ich auf jeden Fall mal drauf hinweisen, dass das passieren kann und da muss man sich trotzdem fragen, warum gibt es Leute, ich glaube, das ist eine skandinavische Firma, die diese App programmiert, was wollen die eigentlich, wer ist denn so die Zielgruppe davon, Comics auf einem Switch zu lesen oder auf dem Fernseher zu lesen, was nun wirklich, also nicht mehr annähernd hochkant ist und wirklich keine einzelne Reihe, die wir hier lesen, ist dafür ausgelegt, das ist quasi wie, als würdet ihr die PDF-Datei durchscrollen, also hier ist nicht das Layout angepasst, ja, wie wir das zum Beispiel bei Webtoon haben, ich lese gerade auch krass viel geilen Scheiß auf Webtoon, das kommt ihr vielleicht demnächst auch mal bei den Comic-Cookies irgendwann zu Tage, als ich das so mache, aber eigentlich ist weder die Switch und insbesondere auch dieses quasi Fernsehformat nicht dafür geeignet, dass man dort Dinge liest. Was schade ist, weil die Auswahl echt toll ist, also hier ist nun mal, es ist unfassbar viel Turtles drin, hier sind auch viele andere Sachen drin, Action-Dinger, große Klassiker, Black Hammer habe ich was darin gefunden, Hellboy ist hier drin, die finden nichts zu DC und Marvel, aber wir finden wirklich unfassbar viele weitere Dinge mit großem Namen, hier kann man sehr glücklich mit werden, die Frage ist nur, wie viele Menschen werden davon was mitbekommen, wer kommt überhaupt auf die Idee, auf seiner Switch zu lesen, das können eigentlich nur Leute sein, die entweder zum Beispiel kein Smartphone oder ein Tablet haben, auf dem sie gern lesen, weil es auch viel praktischer ist und da halt eben gern Dinge konsumieren, sondern halt Leute, die dem ganzen Gezocke mal eine Pause machen wollen, weil sie gern und viel unterwegs sind und aber irgendwie auch mal was lesen wollen und halt eben gerade ihre Switch dabei haben, für die könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht interessant, ich scrolle gerade so durchs Angebot durch, hier ist auch die ganzen Stranger Things Sachen, die auch der Breedstorm hier schon mal vorgestellt hat, da sind hier auch alle drin und es sind schon echt, also wirklich große Titel dabei, aber so richtig komfortabel ist es nicht, es ist in der, wenn man das Gerät, also die Switch selbst in der Hand hat, meine OLED-Fassung hat schon irgendwie noch einen Inch mehr, glaube ich, an Bildschirmdiagonale und trotzdem ist das alles viel zu klein, also unter 10 Zoll Tablet, finde ich echt der Meinung, kann man nicht sinnvoll digital lesen, außer halt eben Webtoon auf dem Smartphone und jetzt haben sie hier voll smart in irgendeinem Update auch so eine Diagonale, also du kannst deinen Bildschirm halt drehen, du kannst deine Switch in die Hand nehmen, um 90 Grad mit deiner Hand drehen und dann das halt schon eher wie so ein Tablet halten oder wie so ein großes Smartphone, aber das ist ja immer noch viel zu klein, weil du kriegst halt die ganze Seite, ja, du kannst dann reinzoomen, aber das ist nicht komfortabel, also kurzum, InkyPen ist eine App für Leute, die kein anderes Gerät als die Switch haben, die irgendwie in diesem Ökosystem der Switch leben und dann Bock haben, mal in Comics einzusteigen, für eine Flatrate, die ist irgendwie, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber es sind wenige Euro im Monat, für ein Angebot, das ganz cool ist, ich glaube, so richtig krass aktuelles Zeug kriegt ihr hier nicht um die Ohren, dafür könnt ihr viele Klassiker nachholen, viel auch Manga-Kram und es macht schon irgendwie auch Spaß, aber spätestens, wenn ihr, keine Ahnung, mein Tablet ist ein gebrauchtes 50 Euro Tablet mit ungefähr 10 Zoll und ich würde das jederzeit vorziehen und ich würde mich tierisch freuen, wenn ich da InkyPen installieren könnte, aber es ist wie gesagt total exklusiv für die Switch und das ist schade, weil das nämlich bedeutet, dass von InkyPen viele Menschen nichts mitbekommen werden, die teasen seit geraumer Zeit auf ihren Social Media Plattformen irgendeine Form von großer, neuer Ankündigung, kann nur spekulieren, was es ist, vielleicht arbeiten die schon an dem Switch Nachfolger und entsprechen dann eben auch an der App, die man dafür so braucht, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch einfach wirklich hier, wir kommen jetzt auch nochmal bei Android vorbei oder iOS oder was auch immer, was wirklich ein guter, sinnvoller Schritt wäre und das ist eben auch mein Fazit hier zu meinem Presseeinblick, den ich bei InkyPen hatte, ich probiere gerne alle Apps aus, die es gibt im Bereich Comic, es ist eine nette Auswahl, ist aber keine besonders gute Auswahl, ich würde jederzeit eher zum Beispiel zu Nextory raten, das ist eine App, die ich hier schon vorgestellt habe, wo ich gleich bei Patrick dann noch bei Winstubel kurz ergänzen möchte wahrscheinlich, das ist sicherlich speziell und es gibt leider auch nicht mal einen Test-Account, also Leute, dann macht doch wenigstens mal einen Test-Account für die Menschen mit ihrer Switch, wo sie dann mal so eine Woche oder was in alles reingucken können und sich mal einen Eindruck davon machen können, weil hier ist auch die ganzen Valiant Comics sind hier drin, hier ist Archie mit bei, hier ist 47 Ronin am Start, also wirklich Titel und Reihen, die man kennt, aber woher soll man das wissen? Naja, ihr merkt schon, da ist auf jeden Fall noch viel Raum nach oben und die machen auch nicht mehr viel als wirklich Bugfixes, die App gibt's schon eine halbe Ewigkeit, ich hab da Blame gelesen, eine Reihe, die ich nett fand, aber von der ich auch noch nicht genau weiß, ob ich da viel, viel mehr von lesen muss, weil ich auch inzwischen ungefähr weiß, wie sie wohl endet und so, ja, wisst ihr Bescheid, liebe Leute, Patrick, du hast auch einen Nintendo Switch, würdest du da einen Comic drauf lesen? Ich hätte eher das machen sollen, als das Saber Web of Word Game zu zocken, weil das war eine wirkliche Enttäuschung, also, ja, ich hätte eher das machen sollen, aber auf der Switch oder auf dem Fernseher lesen, es gibt viele bessere Möglichkeiten zu lesen, wirklich, und ob's dafür Blame sein muss, das weiß ich auch nicht, also, wenn du mir da mal den Account gibst, beziehungsweise, wenn ich mal bei dir reinlese, wird's mir wahrscheinlich reichen, weil es hat mich jetzt schon ein bisschen entgeistert, dass ich sag, muss ich diese Erfahrung jetzt machen? Es gibt nichts Schlimmeres, als auf dem Fernseher zu lesen. Okay, Kinofilme auf dem Handy zu schauen, ist vielleicht noch die Steigerung, aber nö. Ja, also haben wir mal wieder einen Fall von guter Inhalt, schlechter Verpackung, nur diesmal in digitaler Form. Dann machen wir doch gleich weiter mit dem schon angesprochenen Invincible, Patrick, der großen Rückschau auf die Komplettserie. Genau, also, es war jetzt ewig her, dass ich den ersten Band vorgestellt hab, und da gab's schon damals den Running Gag, ja, bis Crosskite das alles veröffentlicht hat, dann ist dann Staffel 2 wahrscheinlich draußen, und es ist leider eingetreten, und auch der zweite Running Gag, dass ich die Leute von Crosskite bei diversen Kunstfragen, sage, ja, wann kommt denn jetzt der nächste Band? Och, der endet jetzt damit. Aber ich bin froh, dass ich durchgehalten hab, weil die Reihe, das ist wirklich so ein Konzentrat von allen, was gute Helden-Comics ausmacht, und das auf 13 Bände, wenn du das jetzt mit DC oder Marvel vergleichst, wo du schon bei Batman locker mal 100 Bände hast, dann ist das wirklich eine nette Alternative, weil man Invincible beziehungsweise Mark beim Erwachsenwerden zuschaut, und das vom Anfang an, also wie seine Fähigkeiten erst kennenlernt, und dann damit lernen muss, mit dieser Verantwortung zu leben, also wir kennen das von Spider-Man, wir kennen das von Superman, später kommen dann noch Multiversen, sonstige Sachen dazu, und auch das Universum wird ab dem zweiten Band dann sehr, sehr gut erweitert, das ist nicht nur, dass du mit Invincible mitfieberst, sondern mit Atom Eve, auch mit Ellen dem Alien, oder Robot zum Beispiel, oder Honeyman, das Interessante dabei ist, je erwachsener das wird, desto düsterer wird es auch, also du kannst das im Prinzip mit einer Superhelden-Version von Harry Potter vergleichen, auch da es immer düsterer wird, nur ist es eben Robert Kirkman, der dann auch konsequent bleibt, also er setzt diese Brutalität, die man schon von Walking Dead kennt, wobei das war vor Walking Dead, also ist es eigentlich andersrum, dass hier Tode, was bedeutend ist, nicht wie bei einem Heldenfilm oder einem Heldencomic, wo Quicksilver jetzt stirbt und fünf Ausgaben später ist er dann auf einmal wieder von den Toten aufverstanden, sondern hier hat ein Tod auch Konsequenz, hier hat ein Tod auch Bedeutung, hier hat es Bedeutung, wenn Person fürs Leben traumatisiert ist, da vertragen sich dann auch nicht Leute auf einmal, obwohl vielleicht mal eben ein Genozid stattgefunden hat, das fand ich dann eben wirklich eine extreme Stärke, dass du hier mit diesen Charakteren mitfieberst, auch wenn die im Verlauf wirklich von gut bis zu sehr ambivalent mutieren, teilweise, da werden Freunde zu Feinden und umgekehrt und auch manchmal ist der ein oder andere Hänger dabei, aber dadurch, dass du mit diesen Charakteren, diese Charaktere beim Großwerden oder beim Erwachsenwerden zusiehst, werden auch diese Leerlaufphasen sehr, sehr gut überspielt, also bei mir war es immer so, dass ein Band so ein bisschen was vorbereitet hat und dann kamen so diese Kirkman-Shop-Momente oder dann kam der ein oder andere Twist oder dann ist die auf einmal eine Person, die ja vielleicht sympathisch war, komplett unsympathisch geworden oder so ambivalente Charaktere haben Menschlichkeit gezeigt, dass du die zwar immer noch unsympathisch gefunden hast, aber du konntest die besser verstehen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass da auch das Universum glaubwürdig war und nicht einfach nur um die Seitenzahlen hochzutreiben ausgeweitet wurden. Also im Prinzip ist es auch eine Story, wie viel kann ein Mensch durchleben, bevor er wirklich komplett durchdreht oder bevor er seine Menschlichkeit verliert und da hab ich dann mit zum Beispiel auch Sascha Derp, von dem das eine der Lieblingscomic rein ist, auch immer wieder mal diskutiert und wir sind uns da alle einig, das gehört für mich jetzt mittlerweile zu den besten Superhelden-Comics, die ich gelesen habe. Also die 13 Comics da, die werden definitiv im Regal bleiben, haben da einen guten Platz. Ich werde das irgendwann mal wieder auspacken, lesen. Gerade jetzt, wo die Staffel zwei mir quasi nochmal den Anfang oder die Anfangszeit nochmal zeigt, wirft das nochmal interessante Perspektiven auf, weil man dann auf einmal Sachen sieht, die sich in den späteren Bänden dann wirklich komplett abgezeichnet haben. Ich bin begeistert, trotz der Längen war das eine Reise, die ich gerne mitgegangen bin und ja, sorry, Crosskite, für die, für immer die gleiche Frage, aber wir haben es ja mittlerweile komplett durchgestanden. Ich bin dankbar, dass jetzt ein deutscher Verlag diese Reihe komplett veröffentlicht hat und auch da muss man jetzt sagen, es gibt jetzt ein paar Bände wohl Invincible Universe, also was wie Geschichten aus dem Hellball-Universum nur auf Invincible ausgeweitet, also auch da gibt es jetzt noch Storys, die erzählt werden, auch mit dem Wolfman-Comics und ich werde dran bleiben, weil mir diese Mischung aus kompromisslos und glaubwürdig sehr, sehr gut gefallen hat, also ich bin dankbar dafür, dass Kirkman das durchgezogen hat, ich bin dankbar dafür, dass das Crosskite durchgezogen hat und auch dankbar, dass mich der Kumpels immer wieder bequatscht haben, weiterlesen, weiterlesen, weiterlesen und dann fast schon ungeduldig waren, weil ich auf diese Crosskite-Veröffentlichungen gewartet habe und dann erst fertig gelesen habe, weil die das schon deutlich länger diskutieren wollten und auch diese Superman-Premisse wird hier sehr, sehr interessant mit den Vetrominiten abgehandelt, also wenn die in Szene gesetzt werden, das ist was ultra-bedrohliches und ja, da versteht man dann, wieso sich dann auf einmal gewisse Parteien verbünden müssen und ich war teilweise auch mit so Sachen traumatisiert, also Kirkman hat es auch wie bei Walking Dead geschafft, dass da unangenehme Szenen waren, sei es eine Vergewaltigung, sei es jetzt ein plötzlicher Tod, dass mich das immer wieder in die Magie geboxt hat. Andi hat da in der ersten Besprechung damals was gespoilert, ich hatte es verdrängt, aber beim Lesen vom letzten Band ist mir das aufgefallen, ach scheiße, stimmt, das hat Andi ja damals bei der Besprechung gesagt, aber Andi hat es verborgen, mega, nee, weil, ich bin nämlich auch gerade ein bisschen verliebt in Invincible, muss ich nämlich mal genauso sagen, ich habe, weil jetzt auch die zweite Staffel gestartet ist, wo ich heute die dritte Folge Zeitpunkteaufnahme für mich also beendet habe, ich habe mega Bock drauf, das ganze Ding gibt es ja auch komplett auf Deutsch, legal und voll gut, kann ich empfehlen, auf der bereits genannten App Nextory wollte CrossCult dort einen wesentlichen Teil ihres Portfolios als Digitalcom zur Verfügung stellt, die App habe ich hier schon mal vorgestellt, vor allem als Alternative zu Swoosh, einer App, die halt meines Erachtens von hinten da nicht mithalten kann und ich habe zum jetzigen Zeitpunkt anderthalb von diesen Monster-Mega-Bänden gelesen und ich freue mich tierisch über jede Minute, die ich irgendwo kriegen kann, um weiter Invincible zu lesen, weil ich nämlich Patrick auch voll ins Zustimme, das ist, du hast es ein Konzentrat von gutem Superhelden-Comic genannt und das ist genau so, woanders ist das halt irgendwie eine mega epische Story mit hin und her geschwafelt und Dingen, die passieren könnten und so und klassische Superhelden-Shopes und hier ist es halt mal so ein Heft und parallel dazu ist aber diese Superhelden-Misch Gedöns nur so ein Teilaspekt von Invincible, weil eigentlich ist es halt eine Geschichte von einem Typen, der halt zufällig auch noch Kräfte hat und zufällig eben Superhelden-Dinge erlebt, aber das ist nicht primär nur ein Superheld, das ist vor allem halt auch ein Mensch und das kommt hier halt wirklich unheimlich gut durch. Ich bin relativ gespoilt, was den Verlauf der Handlung angeht, weil ich halt diese Shorts, die ich auch schon genannt hatte, bei zum Beispiel YouTube-Stanik reingespült bekomme und da habe ich schon irgendwie auch das Gefühl, mich erwarten aber noch hunderte Überraschungen, die ich hier in diesen, sind es zwölf, sind es dreizehn Bände, keine Ahnung, bekommen werde. Dreizehn. Also kurzum, ich glaube Invincible ist geil, ich hoffe es bleibt geil, ich habe Verschiedenes schon gehört, ab welchem Zeitpunkt Invincible dann irgendwann schwächeln soll, ob das so wird oder nicht, werde ich dann schon noch selbst mitkriegen. Ich hoffe, meinen Pressetest-Account von Nextury, den ich auch bekommen habe, der wird hier noch ein bisschen durchhalten. Ja, also kurzum, Invincible ist einfach nur saugeil und ich finde es auch richtig toll, dass CrossCult, das sie durchgezogen hat mit diesen Bänden, dass die jetzt auch noch die Folgegeschichten, diese Universe, hast du es genau, Invincible Universe Geschichten da auch bringt, weil wir ja auch vor nicht, also das ist schon wieder länger her, wir hatten schon mal einen Versuch in Deutschland, das zu veröffentlichen, bei einem Verlag mit irgendeinem französischen Namen, der auf Deutsch veröffentlicht hat. Lona Arte hieß der. Lona Arte, dankeschön. Die ersten beiden Bände und glaube ich auch einzigen Bände, die es dazu gab, die hatte ich auch damals, ich habe das damals schon gelesen und auch da ist schon dieser, sage ich mal, erste große Überraschungsmoment schon drin, den wir auch in der ersten Staffel, glaube ich sogar in der allerersten Folge von Invincible auf der TV-Serien-Umsetzung auch schon quasi erzählt bekommen. Und kurzum, ich bin mega drin, ich habe richtig Bock und ich finde es grundsätzlich auch gut, gut, dass sich die Serie und die Comic in einem gewissen Rahmen unterscheiden, dass da jetzt nicht unbedingt Überraschungen sind, es ist schon eine Quintessenz des Comics, aber es wird anders erzählt und ist damit für mich noch unterhaltsam genug. Invincible, Daumen nach oben. Und ja, du hast den Punkt gerade gut herausgestellt, gerade dass die Charaktere menscheln dürfen, sorgt dafür, dass du dann eben mitgehst, dass du dann über dir eine oder andere Länge hinweg siehst und dass sich dann die Schockmomente richtig treffen. Ja, Breeds, hast du es gelesen? Ja, ich habe es gelesen bis auf das, den letzten Omnibus. Ich habe gerade mal parallel ein bisschen geforscht, wir haben über Invincible tatsächlich in Comic Cookies Episode 13 das erste Mal gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Ich nehme an, dass Sepp das besprochen hat, weil er damals das 18. Trade beschrieben hat. Death to Everyone hieß es, glaube ich. Und das war für mich dann irgendwann der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, es kommt als Omnibus, die hole ich mir jetzt alle damals, die direkt von Image kamen. Da war eine deutsche Veröffentlichung leider noch nicht in Aussicht im Jahre 2013. Mir hat es eh nicht gut gefallen, wie Patrick das geschrieben hat. Es hat mich dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt verloren, wo das so losging, wo hier sehr, sehr viele kleine Wesen rumsprangen und ich nicht mehr so richtig Erinnerung an den letzten Omnibus hatte. Und da habe ich tatsächlich dann irgendwann vergessen, mir einfach den letzten Omnibus auch noch zu kaufen. Und das müsste ich mal nachholen. Aber natürlich, wie alles, was man vergisst zu kaufen, ist das nachher hinterher sehr, sehr schwierig dann zu bekommen. Aber vielleicht gehe ich das Projekt mal wieder an. Die Rattenplage vom Imhause Breedstorm, als die kleinen Wesen rumgesprungen sind. Verstehe. Okay, cool. Also von daher, alle, die es gelesen haben, sind begeistert. Ich höre auch immer nur sehr Gutes. Menschen, die Superhelden-Comics mögen, sprechen immer sehr begeistert von Invincible. Das scheint, als könnte man da relativ blind zugreifen. Super Taktik, dass wir erstmal mit den Schwächeren gestartet sind. Wir sind ja noch nicht fertig. Aber erstmal kommt noch eine Empfehlung von mir. Ich habe auch einen Comic digital gelesen. Es gibt ihn aber auch hingedruckt. Und zwar Cosmo Knights, wie vorhin schon erwähnt. Ein Wort, Cosmo Knights, Knights mit K, wie Ritter. Also quasi Ritter im All, wenn man es mal ganz dumpf übersetzen will. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört mit Lily Wachowski, Co-Kreatörin der Matrix Filme und der wundervollen Serie Sense8 und natürlich von verschiedenen anderen Sachen. Und in diesem Podcast erwähnte Lily Wachowski den Comic Cosmo Knights und zwar in dem Zusammenhang, dass sie sagte, sie versucht, davon eine Adaption zu produzieren, irgendwo unterzukriegen, irgendwen zu finden, der da Geld locker macht, um aus diesem Comic eine Bewegtbild-Adaption zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Serie oder Film, darüber geht es jetzt, darauf ging sie nicht weiter ein. Jedenfalls daraufhin recherchierte ich mal diesen Comic und stellte fest, den kann man online lesen. Der ist von Hannah Templer komplett im Alleingang gemacht und erscheint seit 2019 als Webcomic und ist dann auch 2019 schon mal gedruckt erschienen. Das erste Buch, das zweite Buch ist dann 2023, also dieses Jahr gedruckt erschienen und das dritte Buch ist in Arbeit. Hannah Templer veröffentlicht den Comic immer erst als Webcomic und dann erscheint beim Verlag Top Shelf eben die gesammelte Buchausgabe und in drei Büchern wird diese ganze Geschichte dann auch abgeschlossen sein. Diese ersten zwei Bücher, die es jetzt aktuell eben gibt, habe ich online gelesen auf Cosmonites.space. Was für eine geile URL für einen Science-Fiction-Comic. Der Comic wird von Hannah Templer, wie gesagt, komplett alleine gestaltet und ist von der Gestaltung auch auf den klassischen Printcomic angelegt. Das heißt, es ist jetzt kein Webcomic in dem Sinne, dass man scrollt wie bei einem Webtoon oder sonst irgendwas, sondern es sind einzelne Seiten, die halt dann, wie das häufig so ist. Ich weiß nicht, in welchen Abständen halt immer eine Seite veröffentlicht wird, wo man einfach weiter klicken kann und die nächste Seite lesen kann. Von der Gestaltung her ist das aber auch wirklich so gemacht, dass man immer mit einer Seite gut hinkommt. Ich habe das auch auf dem Tablet gelesen und ich habe jetzt nicht so ein großes Tablet wie der Andi, glaube ich. Meinst du ist, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber das hat wunderbar funktioniert. Auf die Gestaltung gehe ich noch mal kurz dann noch mit darauf ein. Jetzt geht es erst mal um, worum geht's überhaupt. Wie schon erwähnt, es ist ein Science-Fiction-Comic, wobei man es auf den allerersten paar Seiten noch nicht sofort erkennt, außer, was das den Cosmonites heißt. Aber von der Einführung in die Geschichte her sieht es erst mal relativ normal aus und dann merkt man plötzlich, da sind da irgendwie so Technikelemente, die jetzt nicht aus meinem Alltag stammen. Und dann geht das Ganze groß auf und wird zu einer großen Space Opera dann auch. Es spielt in einer Welt, wo ein gewisses Ritterwesen existiert in dieser Science-Fiction-Welt. Es gibt Königreiche und diese Königreiche veranstalten Turniere, so klassische Ritterturniere mit Lanzenstechen, wo um die Hand von Prinzessinnen gekämpft wird und so werden dann halt immer Prinzessinnen an ein anderes Königreich irgendwie weiter verheiratet und so wird dann da irgendwie Frieden gestiftet oder eben auch nicht. Und diese Ritter sind aber natürlich in dem Fall so Science-Fiction-Ritter. Die reiten jetzt nicht auf Pferden, sondern die haben halt irgendwie so Mekka-Anzüge an und können mit denen dann noch so rumfliegen und pieksen sich eben mit so Lanzen. Und da gibt es dann so Ritter, die nichts anderes machen und entsprechend für verschiedene Königreiche in diesen Turnieren Antreten, sich da auch so engagieren lassen quasi. Das ist so das, ja, die Welt, in der wir uns bewegen. Und worum geht es eigentlich in der ganzen Geschichte? Es geht also in diesen ersten paar Seiten geht es los. Zwei junge Mädchen, mal wieder. Und die eine stellt sich dann später raus, ist eben eine Prinzessin. Die beiden sind miteinander befreundet. Die eine ist so die Tochter von einem Automechaniker und die andere ist eben Prinzessin und soll entsprechend bei so einem Turnier eben auch irgendwie so weg verheiratet werden und verschwindet dann aber ins All. Also die relativ früh in der Geschichte flüchtet die quasi ins All weg und ist weg, weg. Und dann macht das Ganze einen Zeitsprung von fünf Jahren und die zurückgebliebene, diese Tochter aus dem, aus der Automechaniker Werkstatt, die auch nichts anders machen will, als eigentlich so Mechanikerin sein, wird dann in so ein Raumabenteuer, Weltraumabenteuer reingezogen, eben mit solchen RitterInnen, stellt sich dann raus, ja, es gibt so ein Frauen-Ehepaar, die es sich eben zur Aufgabe gemacht haben, solche Turniere zu gewinnen und diese Prinzessinnen dann aber eben nicht an das Königreich zu geben, sondern quasi zu entführen und in die Freiheit zu entlassen, mehr oder weniger, um eben diesen patriarchalen Strukturen entgegenzuwirken und diese verkrusteten alten Traditionen aufzubrechen und diesen RitterInnenpaar schließt sich eben die Protagonistin mit an und gerät da so in diese Abenteuer mit rein. Dann kommt noch eine andere Figur, die auch noch so eigene Motive hat, so die kapitalistischen Strukturen mit zu zerstören und so findet sich dann irgendwie so eine Space-Crew zusammen, die alle so ein bisschen was Ähnliches wollen, aber auch unterschiedliche Methoden dabei ansetzen wollen, auch so ein bisschen unterschiedliche Motive dabei haben, aber im Endeffekt ist es eine Gruppe von Frauen, die sich mit patriarchalen, kapitalistischen Strukturen im Weltraum anlegen. Wer sich ein bisschen mit Lili Wachowski auskennt, wird sich denken, aha, verstehe, warum die den Comic mag. Das passt ja zusammen. Und mir hat ja wahnsinnig viel Spaß gemacht. Je länger ich das gelesen habe, desto besser, fand ich, wurde es dann auch. Sowohl zeichnerisch, als auch erzählerisch, als auch von der Charakterdarstellung. Man merkt, dass Hannah Templer, und das sagt sie in Interviews auch selber, im Laufe der Zeit halt einfach dazulernt, wie das ja auch so ganz normal. Also ich finde, es macht gerade von der Gestaltung der Seiten einen großen Sprung von Band 1 zu Band 2, wo die Seiten in Band 1 noch relativ schlicht gehalten sind, in einer relativ klaren Aufteilung von Panels, wird das dann in Band 2 dann auch schon ein bisschen aufgelöst, wo die Seiten da auch dynamischer werden, gerade wenn es dann diese Turnierkämpfe gibt, wo die Panelstruktur dann ein bisschen, also es wird jetzt nicht super wirr, aber man merkt, es kommt mehr Dynamik rein, als es in Band 1 eben noch der Fall war. Die Charaktere sind mir im Laufe der Zeit eben auch wirklich ans Herz gewachsen, wie die auch so miteinander zusammenfinden, wie sich auch so Weltbilder verändern, Figuren, die relativ sicher sind in dem, was sie tun und dass sie das Richtige machen und dann aber anhand von anderen Charakteren irgendwie lernen. Vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen in irgendwas verrannt und es ist gar nicht so ganz top, wie wir dachten, was wir da so tun. Vielleicht haben wir da auch gewisse Aspekte einfach immer nie so richtig mit beachtet und müssten da nochmal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht irgendwie anders machen und ja, von unseren festgefahrenen Strukturen vielleicht auch so ein bisschen mit wegkommen. Es ist also ein toller Abenteuer-Comic, auch hier wieder schöne Farbgestaltung, Hannah Templer legt sehr, sehr viel Wert auf die Farbgestaltung, also die Farbgebung ist so vielleicht sogar das, wo sie sich am stärksten sieht, von dem, was ich so bisher zumindest von ihr gehört habe. Also es sind relativ poppige Farben, schöner Abenteuer-Comic, Science-Fiction, starke Charaktere, kann man wie gesagt gratis lesen auf Cosmonites.space und wenn man lieber die Printausgabe will, ist die eben bei Top Shelf erschienen, auch hier wieder alles auf Englisch und ich bin gespannt, wann mit der Veröffentlichung des dritten Buches begonnen wird. Da habe ich jetzt noch keinen Zeitrahmen davon irgendwo gefunden. Ich weiß, Hannah Templer arbeitet auf jeden Fall an dem dritten Comic und ich werde gespannt mitverfolgen, wann der dann rauskommt und dann entsprechend das Finale lesen und freue mich da schon sehr drauf. Cosmonites, guter Comic, kann ich empfehlen. Ja, ich finde, das ist wieder mal hübsch, soll man sagen. Du hast auf jeden Fall einen guten Blick für Dinge, die schön aussehen, auch wieder sehr bunt, zumindest. Na doch, also flächig ist der andere, war auch schon so flächig koloriert. Ja, doch, doch. Cosmonites. Wirkt das eigentlich natürlich, dass das nur weiblich gelesene Figuren sind? Also ich meine, man merkt schon, da ist natürlich schon auch irgendwie eine Intention mit dahinter von der Künstlerin, dass sie eben diese Geschichte erzählen will anhand dieser Charaktere. Es ist in dieser Crew auch eine Transfrau mit dabei, ohne dass das aber super explizit ist. Also das ist jetzt nicht das große Thema um diese Figur, dass es eine Transfigur ist. Es wird einem da jetzt auch nicht so direkt irgendwie erzählt. Also man kann es rausfinden, relativ leicht, aber es ist jetzt nicht, wie gesagt, das große Thema. Ich meine, Expendables sind nur Typen. Jede andere Geschichte sind nur Typen. Hier sind es halt nur Frauen. Es ist von einer Frau gezeichnet, die halt eine Geschichte über Frauen und Transfiguren, also über Nicht-Cis-Männer erzählen möchte in einer Welt, die natürlich gerade dieses patriarchale Königssystem sehr, sehr klassisch männlich geprägt ist. Von daher macht es natürlich auch total Sinn, diese Protagonistinnen einfach reiblich darzustellen. Ja, mein Gott. Wenn man natürlich von der Ecke kommt und sagt, wow, scheiße, ja gut, dann bitte nicht lesen. Wenn man aber natürlich einfach Spaß daran hat, dass das auch ein guter Abenteuer-Coming ist, der toll gezeichnet ist, eine schöne Science-Fiction-Story bis Science-Fiction-Fantasy-Mischung auch so ein bisschen, die halt von Frauen erzählt, dann finde ich, hat man da einen guten Comic parat. Ja. Wie hast du das gelesen? Du hast ja gemeint, ich bin auch auf der Website und du hättest da wohl die Website gelesen. Ich finde das aber sehr umständlich, wenn man da unten auf diesen Next-Button klicken muss. Ich finde Wischen oder aufs Bild klicken, um zur nächsten Seite zu springen, deutlich angenehmer. Ist es auf dem Tablet irgendwie anders, als hier bei mir gerade am Rechner? Ne, es war schon auch unten mit dem Klicken, aber gut, das hat mich jetzt nicht weiter daran gehindert, das zu lesen. Ich habe auch eher ein kleineres Tablet als du, ich muss glaube ich sowieso ein bisschen runter. Es kommt nicht auf die Größe an. Egal. Ich will nur eigentlich wissen, ob man das, also ich finde jetzt hier, das hätte ich auch, habe ich auch schon bei diesem Mäuse-Comic, Scully glaube ich hieß der oder so, haben wir den, den wir besprochen haben. Da finde ich halt eine PDF-Datei, das finde ich dann einfach komfortabler. Also jedes Mal so, diesen Zentimeter oder was noch runter zu scrollen und dann auf Next zu klicken, das ist einfach umständlich auf Dauer und nimmt mir den Nese Spaß. Deswegen ist, finde ich, ich werde es irgendwann nochmal im Detail erläutern, aber eigentlich die Webtoon App schon ganz geil. Ja, da fehlen mir dann auch die technischen Kenntnisse, wie das ist, wenn man als Independent-Künstlerin sich so eine Website irgendwie hinstellt, was man da alles einsetzen kann an Tools oder eben auch nicht, was das kostet oder auch nicht, keine Ahnung. Bei der Startseite von Cosmo Knights wird mir auch ein bisschen übel. Da kann man mit der Waus so drüber gehen und dann wabert im Hintergrund das Universum. Das darf man sich auch nicht zu lange um die Ohren wabern lassen. Vielleicht solltest du auf dem Fernseher lesen, dann kotzt du wieder auf die Couch. Dann muss schließen, ist das der Weg, ja. Vielleicht könnte das das neue Prädikat werden, kotze auf die Couch oder eben nicht. So ist es ein guter Comic oder schlechter Comic oder eine gute oder schlechte Präsentation zumindest, ja. Da kotze ich auf die Couch. Naja, also ich kotze bei Cosmo Knights nicht auf die Couch. Ich fleze mich auf die Couch und genieße. Schön. Jo. Damit wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen für die Cookies Code Authority. Cookies Code Authority. Und wie schon erwähnt, diesen Monat der Bestseller des Jahres wahrscheinlich, der meistbesprochene, meistgekaufte, meistgesehene, meisterwartete, was auch immer. Comic der Comic, den Menschen lesen, die sonst keine Comics lesen. Neue Asterix Band 40. Nicht nur, dass es eine runde Zahl ist, nein, obendrein auch noch die große Neuerung. Es ist ein neuer Texter am Start. Fabcaro hat das erste Mal einen Asterix Band getextet. Die Zeichnungen von DJ Konrad, der auch schon die letzten paar Bände gemacht hat. Und ja, was soll man sagen? Die Rezensionen haben sich überschlagen mit Lobhudeleien. Leider, was ich sehr, sehr spannend finde übrigens, sind gerade bei den großen Publikationen, Spiegel, Tagesspiegel, SZ etc., die Rezensionen für diesen Comic alle hinter einer Paywall. Also irgendwie ist offensichtlich die Rezension eines Asterix Bandes so interessant genug und so vielversprechend, dass man sie hinter einer Paywall packt und nicht dem Gratispöbel wie mir zur Verfügung stellt. Aber anhand der Überschriften konnte man schon lesen Bester Asterix seit 40 Jahren, Bester Asterix seit Jahren und was weiß ich nicht alles. Spannenderweise aber nicht nur die Feuilletongse, sondern auch Menschen aus dem echten Leben, die man aus dem nicht echten Leben kennt, wie Social Media, aber auch Menschen, die ich tatsächlich in meinem Privatleben treffe, erzählen mir davon, dass sie den neuen Asterix gelesen haben und dass der erste Asterix ist, den sie seit Jahren gelesen haben. Und man liest überall, wie toll dieser Band ist. Also ich habe bisher wirklich nur gute Sachen über diesen Comic gelesen auf Social Media und wie gesagt auch in Gesprächen und etc. Finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Das ist auch der erste Asterix, den ich seit langer Zeit gelesen habe. Ich weiß nicht mal, ich habe sogar mir die Bände angeguckt und bin mir trotzdem immer noch nicht sicher, was der letzte ist, den ich gelesen habe. Ich habe den offensichtlich auch schon direkt wieder vergessen. Ich bin also nicht komplett auf dem Laufenden, was jetzt diese ganzen neueren Bände angeht. So, also jetzt besprechen die Comic-Cookies den neuen Asterix und damit haben wir dann das ultimativ endgültige Urteil. Kotzen wir auf die Couch oder nicht? Legen wir mal los. Breedstorm. Du bist bestimmt auch, wie ich ja auch, mit Asterix-Bänden aufgewachsen. Vielleicht auch die Bände von deinem Vater, wie es bei mir der Fall war, die Bände von meinem Vater. Was sagst du zu Asterix-Band 40? Die weiß ihr. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es geht und dann deine Meinung dazu sagen? Ja, ich habe tatsächlich nicht die Bände von meinem Vater, der hat keine Comics gelesen, sondern ich hatte die tatsächlich aus der Bücherei. Aber ich habe dann im Laufe der Jahre ja alles gelesen, habe die auch alle zu Hause mittlerweile. Und in diesem schönen Band haben wir ein weiteres Phänomen. Das Römische Reich streckt seine Klaue wieder nach dem kleinen gallischen Dorf aus und schickt einen Menschen dorthin, der die Gallia ein wenig gefügig machen soll durch seine freundliche, vornehme Art, die er nämlich an den Tag legt. Er ist nämlich sowas wie so, ich würde sagen, wie so ein bisschen so ein Motivationstrainer. Wie habt ihr den gelesen? Ein bisschen so ein Guru halt, ne? Ein bisschen so ein Sanktmut-Guru. Sanktmut-Guru. Im Prinzip ist es der Seher nur jetzt eben auf der Esoterik-Ebene. Ja, das wäre auch mein Fazit gewesen, wenn ich die Handlung erklärt hätte. Aber dazu müsste man natürlich wieder wissen, was der Seher ist. Jedenfalls wird dieser Mensch in das Dorf geschickt und er schafft es, allen möglichen Leuten so kleine Lebenstipps zu gehen, wie sie die Sachen vielleicht positiver sehen können und was sie vielleicht machen können und verschiedene Leute ändern ihre Berufe und so schafft er es, wieder so ein bisschen Zwiespalt in das Dorf zu bringen. Und wie der Patrick das eben schon gesagt hat, das hat natürlich gewisse Parallelen zu der Seher, wo wir da so eine Art Hellseher hatten, der das auch geschafft hat, Zwietracht zu sehen im kleinen Gallischen Dorf. Nur, dass wir hier noch einen zusätzlichen Spin haben, nämlich, dass jemand aus dem kleinen Gallischen Dorf dann tatsächlich auch rausgehen möchte, weil er sein Leben auch komplett ändern möchte. Tatsächlich ist das dieselbe Person, die auch in der Seher große Sympathien für den Seher hatte. Also, ich fürchte, die Figur wird ein bisschen stigmatisiert, als lässt sich leicht von irgendwelchen fremden Römern beschwitzen, die ins Dorf kommen. Und Asterix und Obelix sind ja schon von Anfang an so ein bisschen skeptisch, was das Ganze betrifft. Das haben wir auch schon in anderen Bänden anders gesehen. Also, auch Obelix konnte schon mal überzeugt werden, dass er was Besonderes ist. Aber in diesem Band schafft das derjenige nicht, der dorthin geht, sondern Asterix und Obelix sind von Anfang an skeptisch. Und ja, am Ende führt das Ganze natürlich nach Lutetia, wo das Leben blüht, wo man auch als Guru sehr gut arbeiten kann, wo eine Person als Geisel genommen werden soll für das Römische Reich. Und ja, jetzt habe ich mich verhaftet. Dann sag doch mal, jetzt ist es mir gerne. Das würde ich dann die Parallele mit tun. Der Seher ist ganz eindeutig. Beste Asterix seit langem, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich fand ihn okay, aber halt auch nicht mehr. Also, es sind viele Elemente drin, die man als Asterix-Freund natürlich kennt. Dass man natürlich eine Story einfach covert, so, mit einem anderen Gegner, der dem anderen ziemlich ähnlich ist. Das kennen wir ja sonst nur von Star Wars. Das haben sie hier ganz gut versucht. Und wenn das wirklich Leute seit langer Zeit zum ersten Mal wieder gelesen haben, dann glaube ich, dass denen das sehr gut gefällt, weil das einfach mal wieder more of the same ist. Und wir sagen ja schon, bei den ganzen letzten Asterix-Bänden haben wir gesagt, ja, es wäre irgendwie geil, wir würden mal ein Asterix-Band sehen, der Sachen anders macht und nicht einfach das, was wir jetzt schon die ganze Zeit sehen, sondern, sondern wie wir es vielleicht beim Lucky Luke gesehen haben, dass es einfach mal wer anders rangeht, der mit einer anderen Prämisse rangeht. Ich würde zum Beispiel mal sehr gern einen komplett ernsten Asterix sehen, der wie verschiedene andere historische Serien einfach mal so ein bisschen derber da auch rangeht. Oder einmal einen komplett zerstörerischen Asterix, am besten von jemandem wie, was weiß ich, Beda Sobotke, der einfach mal dann die Römer wirklich mal zerstückelt, wenn Obelix die haut, weil so richtig kaputt gehen die ja nicht. Aber wenn dann einfach mal so ein paar Körperteile wegfliegen würden oder so ein Augapfel durchs Bild, das wäre eigentlich mal sowas, was ich sehen wollte. Das kriegt man hier nicht. Wir kriegen hier eine schöne, kindgerechte Unterhaltung, die uns erinnert an unsere eigene Kindheit. Und tatsächlich haben wir das Problem, dass wir einfach zu viele Comics lesen, dass wir da natürlich mit einem ganz anderen Auge raufgehen, als jemand, der tatsächlich nur die Asterix-Bände von seinem Vater gelesen hat und dann sonst nichts mehr gelesen hat. Und jetzt sagt er auch das ja wie früher. Für den ist das natürlich super. Für uns, also für mich würde ich sagen, dann hätte noch ein bisschen, bisschen mehr kommen müssen, als vieles einfach zu wiederholen. Was ich natürlich ausdrücklich loben möchte an Asterix, ist die Preisgestaltung. Weil wir kriegen hier ein komplettes Album für 7,99 und du kriegst es nahezu an jedem Zeitschriftenhandel in Deutschland. Ich habe es mir im schönen Rewe geholt. Ich hätte es mir genauso gut 200 Meter weiter an der Tankstelle holen können. Da habe ich den Band nachher auch rumstehen sehen. In ganz Deutschland kriegst du für 7,99 diesen Band. Und das finde ich heutzutage eigentlich ziemlich geil, weil wir wissen, es steht Asterix drauf. Wenn die sagen würden, 9,99, dann würden die Leute da auch den Softcover nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, Patrick. Du hattest bei uns intern schon mal, du hast glaube ich der Erste den gelesen hat und hattest schon mal zumindest durchleuchten lassen, dass du Spaß damit hattest. Fühl das doch mal ein bisschen aus. Ja, also es gibt wirklich Aspekte, die haben mir hier jetzt besser gefallen als bei den letzten Bänden unter Didier Conrad. Und das ist zum Beispiel, dass Asterix jetzt wieder deutlich verschlagener und cleverer sein darf, als das in den letzten Bänden war, wo er wirklich der Nebencharakter in seiner eigenen Reihe war. Und auch Obelix ist hier mehr als nur der kindliche, gallische Homer Simpson. Der ist jetzt auch nicht mehr nur komplett dumm. Auch der darf jetzt hier mal wieder ein bisschen was zum Plot beitragen, außer zu nerven. Also schon allein da finde ich das eine Steigerung zu den letzten Bänden. Also da hat sich Fabcaro bezahlt gemacht und auch, dass das so ein bisschen mit den Klischees spielt. Also wir haben hier zum Beispiel ein Wildschwein, das jetzt an Obelix wie so eine Klette hängt. weil irgendwie sind die Gallier doch verweichlicht worden. Dies Wildschwein ist quasi fast schon präsenter im Comic als Ida Fix. Troubadix darf durch die verweichlichten Gallier jetzt auch singen und da ist zum Beispiel ein Song, ein verbotener Song von den Ärzten, was ich zum Beispiel sehr, sehr lustig fand. Und es gibt hier sehr, sehr viel Bashing auf die deutsche Bahn. Also da kommen dann so Sprüche wie, aufgrund eines beschädigten Hufeisens findet die Widerfahrt morgen früh das und dann meint einer Mensch im Grunde, ja, diese Öffentlichen. Also gerade diese Sissereien gegen die Bahn und dieses geschwüstige Gerede von unserer Esoteriker fand ich nett. Also da waren so nette Wortspielereien wie, mir gefällt deine Robustheit, oh Mann, dessen Körper in Marmor gehauen am Morscher Körper nur überragt wird von seiner unverrückbaren Weisheit. Dieses geschwüstige Rede von ihm fand ich lustig und ich hab da auch mal wieder so einen Generationentest gemacht. Also das, was Anni mit den Kindern macht, das hab ich mit meinem Vater gemacht. Also mein Vater hat den Band von mir geliehen. Dem haben die letzten Bände so gar nicht gefallen. Die waren ihm zu vogue. Der war davon richtig genervt. Der wollte dafür noch nicht mehr Geld ausgeben, aber von mir hat er sich dann natürlich trotzdem geliehen. Und er hatte damit deutlich mehr Spaß. Also er fand's jetzt nicht klasse, aber er war davon deutlich besser unterhalten. Also hier so dieser Generationentest. Es hat sich ausgezahlt, dass es mehr in die klassische Richtung gegangen ist durch Fab Caro und der unter diesen neuen Team beziehungsweise unter Didier Conrad, da ist es auch der beste Band. Aber mir zum Beispiel diese Hommage beim Totates von Louis Trondheim dann doch eine Spur besser gefallen. Also würde man so was wie Hommage bei Asterix zulassen, wie es schon Breed Song gesagt hat, ja, dann könnte man mit der Asterix Reihe vielleicht auch mal Experimente wagen, die sich auszahlen würden. Bei Lucky Luke und bei Spirou hat es auch wirklich funktioniert mit diesen Hommage Spenden und Louis Trondheim, der hält sich auch damit aufrecht, dass er sich immer wieder neu definiert. Bei Asterix ist es dadurch ein bisschen festgefahren, dass da dieses gewisse Korsett ist. Aber ich war von dem Band am Ende deutlich besser unterhalten als von den letzten. Aber es ist nicht der beste Band seit 40 Jahren, also das muss ich jetzt auch sagen. Und da war dieser Aufwand, der von der Presse betrieben wurde, dass man das auf der Buchmesse lesen konnte, man musste sein Handy abgeben und konnte sich dann Notizen machen, um dann eine Kritik am gleichen Tag wie beim Erscheinungstag posten zu dürfen. So das kennen und dass man für Asterix diesen Aufwand betreibt, finde ich schade, auch ohne diesen Aufwand wird sich das verkaufen wie geschnitten Brot oder wie warme Semmeln. Also ja, es ist meistgelesenste Comic des Jahres, aber ich habe auch dieses Jahr deutlich bessere Comics gelesen. Ich habe auch deutlich bessere Asterix Comics gelesen, auch wenn er mich ziemlich gut unterhalten hat. Du hast ein paar Sachen gesagt, die ich sehr interessant finde, auf die ich noch eingehen möchte, aber nicht anschließen möchte. Aber vorher möchte ich gerne vom Andi wissen, bei dir habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, wie deine Asterix Sozialisation ist oder nicht ist und was das dann für deine Rezension von dem neuen Band bedeutet. Darin schließe ich mich eigentlich grundsätzlich mal dem Breedstorm auch an. Wir hatten hier, denke ich, auf jeden Fall auch den Vorgängerband besprochen, dieses Asterix und der Greif. Ich bin mir relativ sicher, dass das ihr Thema war. Und hier steht auch rum noch die Tochter des Währigen, also der Vorletzte. Ganz genau. Und das sind auch alle drei, die ich wirklich gelesen habe. Alle anderen habe ich nicht gelesen. Ich bin damit nicht sozialisiert. Ich kenne halt die Filme, die heute wahrscheinlich noch irgendwo rauf und runter laufen. Ich fand es unterm Strich sehr anstrengend zu lesen. Ich finde es nämlich zu langsam, zu langweilig, zu beliebig, zu ich weiß nicht, also ich habe ganz schön viele Anläufe gebraucht für diese wirklich wenigen Seiten. Es war Arbeit, ich bin nicht reingekommen. Und das liegt vielleicht an einer gewissen Antipathie. Das will ich nicht abstreiten. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man hier nostalgische Gefühle hat und ich stimme auch dem Breedstorm voll und ganz zu, dass das halt, wenn man sonst nicht viel Comic liest, halt mal wieder einen nostalgischen Moment in einem verursacht und so, das ist ja schon irgendwie auch ganz geil. Man darf schließlich hier auch nicht von der Hand weisen, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Das Ding hat weltweit gesehen eine Auflage von 5 Millionen Exemplaren, erscheint in 30 Ländern, in 20 Sprachen und allein in Deutschland ist das Ding 1,7 Millionen Mal überall verteilt worden. Ob es auch 1,7 Millionen Mal verkauft wurde, weiß ich nicht, aber das sind halt Zahlen, die sind jetzt schon krass. Das ist schon eine ganz andere Größenordnung als eigentlich alles andere, was wir hier bei den Comic Cookies und sonst wo besprechen. Das ist schon die Comic Reihe in Deutschland schlechthin, die auch in dem Leben auch gar nicht aus Deutschland kommt, weil das Leute kaufen, die denken sich auch Asterix das gehört in eine gute heimische Bücherregal einfach mit da rein, das muss man haben, um mitreden zu können und wie gesagt, ist leider nicht sehr überraschend, ich hatte wenig Spaß damit, hab diese Reihe ja, also dieses Kicktier von Egmont immer geschickt, so als Presseexemplar mit ganz vielen tollen Geschenken drumrum, da wirklich auch nochmal ganz vielen lieben Dank und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an die Leute, die bei unserem Gewinnspiel zu dem Band auf Instagram gewonnen haben, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist noch nicht ganz klar, wer es ist, aber wenn das hier veröffentlicht wurde, ist das Gewinnspiel vermutlich bereits beendet, also da auch nochmal vielen Dank sowohl, also grundsätzlich vielen Dank an Egmont, die uns dieses Gewinnspiel ermöglichen und auch herzlichen Glückwunsch an die Gewinnenden, ja, ich habe jetzt alles gesagt und leider kann ich auch nicht sehr viel mehr sagen, zu einem Comic, der mich weitestgehend gelangweilt hat, es, kennt ihr diese täglich grüßtes Murmeltier Filme vor allem, wo der Film eigentlich dieses Ding hat, mit jeden Tag quasi selber Handlung und so, nur dass hier diese kleine Abweichung, die den Tag zu einem besonderen Tag macht, bei Asterix halt ein komplettes neues Album rechtfertigt und das ist halt, das ist mir zu egal, in der Form kann ich damit nichts anfangen, ich brauche eine Veränderung in Asterix, ich brauche eine fortlaufende Geschichte, ich brauche irgendeine Form von Charakterentwicklung, dann gern auch regelmäßig wieder mit Dingen, die mich halt an die gute alte Zeit erinnern, wie das Essen am Ende beim Lagerfeuer oder den Musiker, den man aus irgendwelchen Gründen vermöbeln muss oder halt das hunderttausendste Mal erwähnt, dass Obelix in dieses Fass gefallen ist, das kannst du meinetwegen alles machen, aber bitte erzähl mir eine fortlaufende Geschichte, es ist ja wirklich anstrengend gewesen, das war meine Meinung zu der Weißen Ihres. Ich hätte sehr gerne einige dieser Rezensionen in den großen Blättern gelesen, die eben hinter Paywalls waren, weil ich eben auch aufgrund dieser ganzen Überschriften, die man halt doch lesen konnte, mir dachte, wer sind die Menschen, die all diese Kritiken schreiben, sind das Menschen, die auch sonst Comic-Kritiken schreiben oder ist das einfach nur jetzt jemand, der halt über den neuen Asterix schreibt, weil es der neue Asterix ist und was ist die tatsächliche Begründung dafür, dass das der beste Asterix seit 40 Jahren ist, von wem auch immer das gesagt hat. Ich hatte auch Schwierigkeiten zu lesen, hauptsächlich schon mal allein den Font fand ich schon mal scheiße zu lesen, also da hatte ich echt Schwierigkeiten mit, dass irgendwie das I ist immer ein kleines I, das ist aber auch der einzige Buchstabe, der immer ein kleines I ist, das U ist so komisch eingedellt, dass man es auch nicht anständig lesen kann, aber gut, das sind Kleinigkeiten, mit denen sich außer mir niemand aufhält. Ich fand es sehr spannend, dass der Patti gesagt hat, sein Vater konnte mit dem Band jetzt wieder mehr anfangen, die davor waren ihm zu woke. Da komme ich gleich dazu. Ich habe in den Comic erst mal reingeblättert, wie man es halt so macht, wenn man ihn kauft und habe beim Reinblättern festgestellt, sieht schon mal vollkommen uninteressant aus. Dann habe ich ihn gelesen und mein Fazit direkt hinterher war erst mal inhaltlich und gestalterisch bieder und konservativ. Das ist die Asterix-Reihe 1959 oder so gestartet, also haftet so in dieser 50er, 60er Jahre Welt an und so ist der Comic halt auch immer noch gestaltet. Wenn man einfach nur mal so durchblättert, einfach nur so durchflippen, ohne irgendwie jetzt explizit darauf zu achten, was da jetzt steht oder irgend sowas, stellt man fest, es bleibt visuell nichts hängen. Da sind dann immer so 10 bis 12 Panels auf einer Seite, da unterhalten sich zwei Menschen, jedes Panel sieht also quasi gleich aus, die Farbe ist auf der ganzen Seite komplett gleich und da bleibt also von der Gestaltung her, von der Seitengestaltung her nichts hängen, ist vollkommen uninteressant. Da achten, glaube ich, auch die Erbinnen von Yiddosso und Goscinny sehr stark drauf, dass, was wir eben schon besprochen haben, dass sich hier eben nichts verändert. Wir haben uns einen Zeichner gesucht, der so zeichnet wie der Papa und so musste es auch bleiben, damit eben diese 5 Millionen Bände, die wir da drucken, auch verkauft werden können, weil Experimente würden dann ja diese Leserschaft, die eben nichts anderes kauft, als immer nur alle paar Jahre eben den neuen Asterix, würde dann im Endeffekt ja da abschrecken und inhaltlich dann eben ganz genauso. Furchtbar bieder und konservativ. Da ist nichts irgendwie für mich drin gewesen, was es irgendwie wirklich interessant gemacht hätte. An einem guten Tag sage ich bieder und konservativ. Wenn ich böse sein will, sage ich, das ist reaktionärer Mist. Dass Patricks Vater gesagt hat, die anderen Bände waren ihm zu Boke und der hat ihm jetzt wieder gefallen, das spielt genau in das rein, was meine Kritik an dem Band ist. Das ist ein Comic für alte Männer, die die Welt so haben wollen, wie sie früher war und so muss es auch bleiben und das ist das Thema von dem Comic. Das Thema von dem Comic ist, wir sind das galische Dorf, wir wollen uns nicht verändern. Wir wollen so bleiben wie in den 50er Jahren. Hier soll niemand kommen und uns irgendwie mit Sanftmut kommen oder mit irgendwelchen Ideen von Achtsamkeit oder irgendwelche Woken-Ideen am Ende noch. Nein, wir wollen uns prügeln und uns die Arterien mit Wildschweinfleisch verstopfen und unsere Frau soll vielleicht weiter kochen und nicht nach Lutetia zu ihrem Bruder abziehen. Ich habe mir so ein paar Panels fotografiert mit so ein paar Dialogen und es ist relativ früh im Comic geht es los, die Zeiten ändern sich DAX im Plus und darauf sagt der andere, genau das ist das Problem, wenn du mich fragst und genau das beschreibt den Inhalt des Comics. Wir wollen uns nicht verändern, wir wollen so bleiben, wie wir sind. Das, worüber ich mich am meisten aufgeregt habe, dieses Versus, dieser Guru in Anführungsstrichen, kommt also dann in das gallische Dorf reingelaufen und wir sehen Methuselix, wie er sagt, schon wieder ein Fremder, das ist eine Invasion, mit einem fängt es an, aber wann hört es auf? Und das bleibt in einem Comic so auch unwidersprochen, das, also mich wundert es nicht, wenn vielleicht auch AfD-Wähler den Comic gut finden. Asterix sagt, vielleicht hatte Miraculix doch recht, unsere Freunde scheinen zu verweichlichen, also ein starkes Männerbild wird hier auch propagiert, wenn man da das in die Richtung auch interpretieren will. Obelix sagt, Asterix, was ist los? Alles, was ich im Leben gern tue, wird mir vermiest, als nächstes erzählt mir noch jemand, dass Hingelscheiden so gar nichts nützt sind. Also wieder dieses extrem konservative Reaktionäre, bloß nichts verändern, alles soll so bleiben, wie es ist, ein Weltbild der 50er Jahre wird hier propagiert. Gleiche dann das mit dem Frauenbild, Miraculix, wir waren immer ein antikes Ehepaar mit gerechter Aufgabenverteilung, was sie darin aussetzen könnte. So, wie gesagt, an einem guten Tag sage ich, ist es bieder und konservativ, an einem schlechten Tag sage ich, ist es reaktionärer Mist, das kann man jetzt natürlich auch sagen, das Gallische Dorf war schon immer so und das ist eigentlich, finde ich, auch noch gar nicht das Problem, die dürfen gern in dieser Welt leben, in der sie leben, aber muss das Thema des Comics sein? Also müssen ein Texter, ein Zeichner, die Erbenen der Schöpfer, die das Ganze verwalten, ein Verlag, die haben alle zusammen beschlossen, wir erzählen jetzt eine Geschichte, dass Veränderung schlecht ist, dass neue Ideen schlecht sind, dass das neue Weltbild schlecht ist, da kommen Klimakleber kommen quasi in dem Comic mit vor und lauter solche Sachen, also moderne Themen, die aber als total schlecht dargestellt werden und im Endeffekt endet es dann wieder, wie immer, wir hauen uns das Wildschwein in die Fresse und wir sind wieder unser Gallisches Dorf, wie wir es in den 50er Jahren schon waren. Warum ist das der beste Asterix seit 40 Jahren? Wer hat das geschrieben? Wer hat so eine Kritik an dem Comic gemacht? Und das ist ja noch nicht mal das. Es sind auch Frauen aus unserer Comic-Bubble, die den Comic gut finden. Frauen, die uns vorwerfen, dass wir Nummern-Girls in unserem Podcast für uns ansagen lassen. Und das verstehe ich nicht. Also das geht mir nicht in mein Hirn wie Menschen, die ich auch für intelligent halte, die ich für Comic-Belesen halte, die ich, von denen ich sagen würde, die eine gute Meinung normalerweise vertreten, die auch progressiv Meinung vertreten und irgendwie komme ich mir wieder so vor, als wäre ich irgendwie der eine Grantler, der den Comic liest und sagt, reaktionärer Mist, liegt es an mir? Warum habe ich nicht so viel Spaß mit dem Comic wie viele andere? Von daher bin ich auch sehr beruhigt, dass ich hier im Podcast nicht der Einzige bin, den Comic nicht gut fand. So, sorry, langer Monolog. Erstmal bravo hier, erst mal Applaus, Andi, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zusammenfassung. Auch meiner Gedanken. Dankeschön. Was ein schöner Rant, ja. Aber ich möchte da kurz reingrätschen, zum Beispiel, wo du gesagt hast, was Majestix gesagt hat, dass er sagt, ja, seine Frau, die ganze Zeit, sie hat schön geputzt und er hat schön gegessen und so weiter. Also, das fand ich jetzt nicht, dass das jetzt, das als sinnvolle Meinung darstellt, sondern das stellt ja eigentlich seine seltsame Meinung zur Welt dar. Also, so habe ich das interpretiert. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, Majestix, genau so ist es, ganz genau so, sondern man denkt sich ja, ja, also, wenn du es nicht selber merkst, dann merkst du es halt nicht. Also, für mich war das eine Ironisierung seines, keine Ahnung, macho-haften Weltbildes. Ja, das war vielleicht nicht das beste Beispiel. Sorry, mach weiter. Ja. Was mir aber zum Beispiel aufgefallen ist, mit diesen Kompromissen, die sie eingehen müssen, weil sie immer ein bisschen an den Lesern drei rangehen müssen und das so machen, wie der Klassik-Leser das vielleicht möchte. Das war zum Beispiel mit meinen Freunden den Piraten. Piraten fand ich immer richtig geil, fand ich immer sehr lustig, wenn die kamen. Es war mal was anderes, es wurden nicht nur Römer vermöbelt, es wurden auch die Piraten vermöbelt und in den letzten Jahren kam ja immer der Kritik, der schwarze Pirat, der da auf dem Ausguck drauf sitzt, früher hat er gestottert, heute sagt er gar nichts mehr, der ist irgendwie rassistisch gezeichnet, weil er hat irgendwie sehr breite Lippen. Den sehen wir in genau einem Panel und wir sehen von sehr, sehr weit weg und da kann ich mir so richtig vorstellen, so, ja, Piraten brauchen wir jetzt schon irgendwie, aber jetzt, was machen wir oft mit dem Ausguck? Ja, also wir machen es so weit weg, dass man nicht so richtig erkennen kann, was da los ist und sagen darf er auf keinen Fall auch was halt, weil die Leute, also gewisse Klientel möchte, dass er drin bleibt, aber du willst ja auch nicht den Vorwurf machen lassen, dass der irgendwie rassistisch dargestellt ist. Dazu muss ich dann sagen, finde ich jetzt wiederum übertrieben, weil in diesem ganzen Band ist jede Figur komplett drüber und übertrieben, ja, das ist ja eine Tradition bei Asterix, dass alle drüber und übertrieben sind, also die Goten sehen immer aus wie die Todesritter, die Spanier haben einen besonderen Look, das ganze Ding lebt ja davon, aber da ist mir aufgefallen, da haben sie wirklich versucht, irgendwie so ein Kompromiss hinzubringen, wir wollen es irgendwie mit drin haben, aber wir wollen uns auf keinen Fall angreifen lassen und mir ist jetzt endlich wieder auch der Name eingefallen, falls ihr mal was derberes aus dieser gallischen Phase Gallia gegen Römer lesen wollt, das ist natürlich ein Anfang der 90er Comic, der wird wahrscheinlich voll von Sexismus und sehr expliziter Gewalt sein, das ist natürlich die gute Serie Wee Victis, also Val Victis, jeweils mit V geschrieben, die bei Kultcomics erschienen ist, da geht es aber mal ordentlich auf die Glocke und geht auch auf verschiedene historische Ereignisse da, die tatsächlich laut Geschichtsbüchern stattgefunden haben, nur als Tipp, weil wir es ja gesagt haben, wir würden gerne mal vielleicht ein bisschen was Ernsteres oder ein bisschen was anderes sehen aus dieser Phase und Métain hat das seinerzeit schon gemacht. Andi, vielleicht war das nicht das beste Beispiel? Ja, genau, also diese Majestics-Geschichte bei dem Panel war mir auch schon klar, dass das nicht das stärkste Beispiel ist für mein Argument. Ich habe auch andere Dinge eben auch wirklich mehr gestört, also gerade dieses schon wieder ein Fremder mit einem fängt es an, blablabla, das ist mir wirklich hängen geblieben nach dem ersten Lesen. Ich habe den Comic dann nochmal angefangen zu lesen, was jetzt ja doch wieder ein bisschen her ist zur Vorbereitung für heute. Ich habe ihn dann zur Hälfte gelesen ungefähr heute nochmal. und das ist mir wirklich hängen geblieben und mein Problem ist auch so ein bisschen und ich verstehe das auch, also mein Problem ist tatsächlich eben auch nicht wirklich, dass das gallische Dorf irgendwie in den 50er Jahren klebt. Ich finde es nur schwierig, das zum Thema zu machen und so zu propagieren und meine Schwierigkeit ist, die Gallier sind ja trotzdem die Helden der Geschichte und der ganze Comic stellt sowohl die Römer als auch die Gallier dar, dass sie durch diesen Einfluss, das, ich nenne ihn jetzt mal Achtsamkeitsgurus, verweichlichen und von ihrer Natur entfernt werden und sie sich dagegen wehren müssen. Beide Seiten. Also es gibt keinen Gegenentwurf in dem Moment. Also der ganze Comic sagt, egal wer auf den Typen hört, das geht scheiße aus und damit habe ich ein Problem. Es fängt ja auch damit an, dass die Römer jetzt auch auf einmal so komplett verweichlicht sind und dann sagen, nee, Gewalt ist nicht die Lösung. Also die Römer sind vom Anfang an auch auf einmal so auf dieser Ebene und auch die Römer bekommen jetzt die Message, nee, Gewalt ist die bessere Lösung. Andi, du wolltest was sagen? Ja, ich möchte auf jeden Fall das nur ganz klar unterstreichen, was du sagst. Das sind grundsätzlich sehr nachvollziehbare Gedankengänge, gerade wenn man diesen ideologischen Ansatz auch dieser Inhalte vielleicht mal ein bisschen analysieren möchte. Wenn man natürlich, und das ist letztlich das Totschlagargument dafür, dann noch die ökonomischen Aspekte mit betrachtet, dann ist ganz klar, warum man sich hier entschieden hat. Das hier ist ein Comic für ein konservatives Comicpublikum, das seit halt hunderten Jahren gefühlt Comics liest. Und, wir sehen das unter anderem auch in der Filmbranche, in einem gewissen Rahmen stellen konservative Inhalte einfach die popkulturellen Medien dann auch dar, die halt einen Mainstream und eine große Masse ansprechen. Aus genau dem Grund haben wir eben auch diese in Millionen Stückzahlen Auflagen von jetzt zum Beispiel diesem aktuellen Asterix-Comic. Dass, wenn du jetzt hier so eine richtig krass überraschende Sache drin hättest. Irgendwas, wo sie alle gegen den Kopf klatschen und sagen, ach stimmt, eigentlich hat er ja recht. Gut, dass es nochmal in den Asterix-Comic geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das genauso funktionieren würde. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie auch Richtung Shitstorm gehen würde. Ob das zu viel negative Publicity hätte. Ob das Leute verschrecken würde, die dann keine Ahnung ihr Asterix-Abo kündigen oder halt eben Band 41 nicht mehr kaufen. Ich kann aus ökonomischen Gesichtspunkten absolut nachvollziehen, dass man hier so eine konservative Perspektive auf verschiedene Themen in diesen Comic eingebaut hat. Und das ist glaube ich das, was ich zunächst sagen möchte. Der Comic ist aber eben nicht nur deswegen schlecht, weil er halt quasi inhaltlich konservativ daherkommt, ist auch einfach langweilig. Und wenn der Breedstorm sagt, dass wir hier schon ganz viel gelesen haben und so und deswegen natürlich mit einem anderen Auge drauf schauen, als das jetzt die Leute tun, die das Ding hier an der Tankstelle gekauft haben, da hat er recht. Das ist nämlich genau das Ding. Wir sind halt nicht die Zielgruppe und haben deswegen da auch einen schwierigen Einstand und das kann sich Asterix und das kann sich Egmont und das können sich auch die Erben von Christine und ihn auch so auch durchaus leisten, dass die Comic-Cookies da jetzt einen negativen Ansatz haben, weil irgendwelche negativen Stimmen muss es auch geben. Das Ding hier ist inhaltlich furzlangweilig. Hier ist nichts drin, was in irgendeiner Form erinnerungswürdig ist. Das hat kaum einen Spannungsbogen. Gar nichts. Nichts zieht einen wirklich in die Geschichte rein und bis zum Ende durch, dass man sich da denkt, Gott, was passiert jetzt noch? Nee, man liest es halt so durch. Als wir in unserer Gruppe irgendwie, als der frisch rauskam, und wir so ein bisschen hin und her getextet haben, hatte der Partik auch mal geschrieben, dass angeblich solle der Comic 30% mehr Text haben. Da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wieso denn mehr Text? Wenn der Asterix nichts braucht, dann ist es mehr Text und dann blätterst du durch und dann sind da 10, 12 Panels auf jeder Seite und dann noch so viel Text. Aber das, was du sagst, das ist eben auch genau das, was ich meinte. Also klar, es ist für alte Männer in Anführungsstrichen, es ist für ein konservatives Publikum. Der Asterix darf sich nicht ändern, weil ich kaufe den halt alle zwei Jahre oder wann auch immer, wenn der neue rauskommt, dann muss der auch genauso sein wie der davor und die ich von früher auch schon kenne. Mich wundert eben nur, warum muss ich das zum Thema des Comics machen? Der kann auch einfach so ein Abenteuer erzählen, ohne dass es eine anti-woke Message hat, wie es meiner Meinung nach in dem Band drin ist. Das ist das eine. Ja, die dürfen gerne alle in ihrer konservativen Welt weiterleben. Lass die einfach irgendein Abenteuer erleben und sich prügeln und Wildschwein fressen und alles ist wunderbar. Hätte ich nichts dagegen auszusetzen. Die wollen halt immer irgendwie auch irgendwie einen aktuellen Aspekt reinbringen. Das ist ja genau das Ding und dann schreibt sie dich halt irgendwie vielleicht in so eine gewisse Ecke. Wenn du halt immer irgendwelche mehr oder weniger tagesaktuellen politischen Themen mit in deinen Comic reinbringen willst. Ich weiß nicht mehr genau, was beim Greif das Thema war, aber bei dieser Tochter, das hast du ja nicht gesehen. Das war halt eine Greta Thunberg Parallele ganz klar da drin und das ist halt immer so, beim letzten Lucky Luke, da ging es halt um Veganismus und so. Also du musst halt immer irgendwie sowas mit einbauen, weil das halt auch scheinbar das ist, was man von einem Asterix erwartet, dass das irgendwie drin ist, dass man das geschickter hätte anstellen können. Da bin ich natürlich ganz bei dir. Und warum finden das auch Menschen gut, die wir persönlich kennen, die solche Comics normalerweise nicht lesen würden? Also solche Comics in dem Sinne, das was mir aufstößt an dem Comic. Wenn das in einer anderen Verpackung drin wäre, würden die das auch nicht gut finden. Warum finden die Spakuliert gut? Also das ist halt, das ist so das, was mich wundert irgendwie, dass ich überall nur Lobeshymnen lese und zwar eben nicht nur von bezahlten Feuilletonisten, sondern auch von Menschen, die regelmäßig Comics lesen und besprechen. Das geht mir nicht auf. Die Messlatte wurde anscheinend so niedrig gelegt, dass man sich freut, wenn es jetzt ein bisschen konservativer wird vielleicht. Mal eine Frage an euch, was haltet ihr denn von diesen Cover-Dart? Das Cover fände ich langweilig. Ja. Also das ist exakt meine Einschätzung, das ist das langweiligste Cover, was ich seit Ewigkeiten bei Asterix gesehen habe. Es geht, zwei Figuren sind drauf und im Hintergrund sehen wir noch nicht mal kolorierte, richtig kolorierte, durchkolorierte Figuren. Du weißt gar nichts, was das ist. Also das perspektivisch auch ganz schwierig. Also ich weiß nicht, das Cover sieht für mich unfertig aus tatsächlich. Ja. Vorläufiges Cover, das war deutlich spannender. Das ist ein Panel aus diesem Comic. Da sehen wir unsere beiden Protagonisten und auch den Chef vom Dorf irgendwie rumsitzen an einem Baum oder so. Das ist auch als Panel irgendwo hier drin. Das hätte ich spannender gefunden als das tatsächliche Cover. Andererseits kann man sagen, das Cover verspricht jedenfalls nicht mehr als der Inhalt halten kann. Ja, das stimmt tatsächlich. Ist das aber nicht so gewesen, dass die Hardcover immer auch ein anderes Cover hatten oder waren die immer schon identisch zum Softcover? Immer identisch. Die sind identisch. Okay, verstehe. Also allein, wenn ihr euch anguckt, hinten sind ja alle Cover drauf, der Seher. Wie geil das ist mit dem Schatten, wo die Leute gleich so ein bisschen Angst haben vor dieser seltsamen Figur zum Beispiel. Ja, oder bei die trepanten Schatten. Das ist eine coole Cover. Wo Asterix da total genervt vor dieser neuen Stadt da steht. Ja, es sind also deutlich dynamischere Cover mit dabei, die aber eben auch, glaube ich, inhaltlich dann mehr Abenteuer zu bieten haben, als es hier eben der Fall ist. Also wie gesagt, da spricht das Cover schon wirklich passt zum Comic. Meine kurze Frage an Breedstorm. Du bist da wahrscheinlich tiefer in der Materie bei Streit und Asterix selber auch wieder so ein sehr ähnlicher Typ. Dabei ist da guter Miene auch bei dem übergesprungen. Ah, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil das verschwimmt natürlich auch alles in der Erinnerung zu so einem gewissen Brei. An gewisse Sachen erinnert man sich natürlich, wie sie beim Briten sind oder wie du sagst, die Trabantenstadt, weil das so herausragende Sachen, wo sich nicht dauernd alles wiederholt sind. Aber bei verschiedenen anderen wiederholt sich das tatsächlich. Naja, das ist bei mir ähnlich wie bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen manchmal. Ich könnte nicht genau nennen, welcher Film ist es, weil irgendwo ist es bei mir zu einem Mischmasch vereinigt. Aber bei so Sachen wie bei den Trabantenstadt, die da herausragen, da kann ich mich dann besser erinnern. Oder bei Asterix der Obertrom, der ja wirklich auch bei vielen heraussticht, eben weil sie da einen etwas anderen Humor haben, weil sie da deutlich satirischer sind, sticht das dann auch heraus. Also ich finde es fast schon in diesem Bud Spencer Terence Hill Vergleich besser. Ja, du kriegst das geboten, worauf du dich freust, hast einen angenehmen Sonntag, aber mehr auch nicht. Ja. Und bei Andi ist es noch nicht mal das. Und ich weiß, dass Andi auch Bud Spencer und Terence Hill absolut nicht mag, deswegen trifft es den Vergleich sehr gut. Gut, also. Kotz mal auf die Couch oder zumindest sagen wir mal, haben wir ein bisschen ein unangenehmes Aufstoßen. Was diesen Comic angeht, das wäre das Prädikat der Cookies Code Authority zum neuen Asterix Band. Es war mir eine Freude, diese Comics mit euch zu besprechen. Wir haben ein paar gute Sachen mit dabei gehabt, aber eben auch kritische Sachen und ich finde, das ist auch wichtig, dass man eben nicht immer nur alles lobt, sondern dass man Comics tatsächlich eben auch mal kritisch bespricht und hinterfragt. Damit sage ich vielen Dank in die Runde an die Patrick Breedstorm, vielen Dank an alle Zuhörenden und in etwa einem Monat dann wieder mit weiteren Comic-Besprechungen. Vielen Dank, macht's gut, adieu. Ciao, ciao. Ciao. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar die Weihnachtsausgabe also wieder sehr unweihnachtlich geworden. Auch das ist jetzt schon traditionell geworden. Nee, 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 weiß ich nicht, kann sein, eher nicht. Okay. Ciao, ciao. Ja, ich suche mir jetzt auch ein paar Wildschwein oder sowas. Geh dir mal ein Schwein ins Gesicht hauen, Zitat Ende. Geh mir mal einen Burger in die Fresse klatschen. Wir müssen Patrick noch nebeln und an den Baum hängen. Ich singe doch noch nicht mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.